Was für eine Kolonne. Was für eine Kolonne. Was für eine Kolonne. Was für eine Kolonne. um er hat auch schon das ekelige Punkt gut geht es ist nicht das heutige Deutsch ich brauche dass er ein schnurrband und freut mich voll durch ich bin ich bin auf Englunds Volk ich bin es darf doch nicht wahr sein schon wieder was dann ist der Einzelder fest auf der Seite der Controller was soll ich das ist das ist die Welt der Haare der Besorger der Hälfte der Trinkt nur weniger die Säge von die Kälte der Externe geile ich grenze mir zu früh das ist der Kontrolle die Troferspläne der Insel gerade war es so durch Kontrolle ist es sich Oh mein Gott, der bewegt sich. Hört ihr mich? Ja, ja, wir hören dich. Okay, dann mich beruhigt. Also heute gibt es ein kleines Programm bei uns. Okay. Das heißt, wir fahren heute, wenn ihr Bock drauf habt, das ist das andere. Jede Menge Drift-Abenteuer. Oh ja. Ich brauche noch ein paar Mustang ATA, ich habe erst drei Stück. Ja, dann hätte ich gesagt, mal Fotosession mit dem neuen Mini, weil vom alten haben wir ja schon ein Reisefoto. Obwohl, können wir mit dem auch noch ein paar machen, wenn es ist. Ja. Alles andere gibt es nicht. Alles andere gibt es nicht. Okay. Reicht der zu langsam, Blakey, oder was? Nö, du bist unsicher. Der krampt mich erst mal. Und dass sich bei mir beschweren, wenn ich außer sich kramme. Was vielleicht auch lustig wäre, wenn man die Community zusammenkriegt, für den Tübingen treffen. Mhm. Ja, die ganze Griffgruppe, weil die Hälfte von jemand andern wird. Ja, die meisten sind gerade mit anderen Spielen ballert, Strich, Part of Exiles und einer ist dabei, der andere spielt ganz viel Twitch momentan. Also das mega Spiel schlechthin. Gibt keine Folge, gar nichts. Super. Ja. Ey, ich hatte immer so viel Abstand, weil ich immer Angst habe, dass Alex plötzlich durch... äh, bremst. Der Ballert zum... Bergabfahrt. Wow, Blakey, Vorsicht. Macht ihr da hinten noch? Spaß haben. Ah, okay. Das ist die Hauptsache. Wir fahren jetzt erst mal zu dem Parkplatz, wo wir gestern waren, mit dem Mercedes. Ah, ja, okay. Okay. Das ist die Kurve nicht gekommen. Ja. Der Park zum komischen... Aber komplett falsch. Best KI halt. Okay, du stehst nicht auf nem Parkplatz, du stehst einfach irgendwo. Okay, der steht auch nicht wirklich auf nem Parkplatz. Nee, nicht wirklich. Und Chris, was hältst du mit meiner neuen Farbe? Nice. Ja, ja. Damit ich mit diesem Flip-Flop-Effekt hab ich nem Park gemacht. Da gibt's auch nen Orangen mittlerweile. Mit dem Flip-Flop-Effekt? Ja, meiner. Ja, diesen Chameleon-Effekt. Und natürlich ein lila mit hellblau. Okay. N' Orangen-Norange gemacht mit so nem Flip-Flop-Effekt. Okay. So, Leute, was steht das erste so an? Mir ist eigentlich... ...wollte Ärger noch... Mir ist eigentlich recht scheißegal. Ich kann mich anpassen. Ich kann mich anpassen. Ich kann mich anpassen. Naja, Luca, tanzt mal wieder aus der Reihe. Parkt wieder extra. Ich hatte Angst, dass ich wieder grabe, wenn ich einpacke. Glaube ich nicht. Raub den Golf da weg. Ja, das steht ja gut. Also viele sind unten bei der Autobahn, wie immer halt. Ich muss auch mal in die Huppe wieder erinnern, weil die Huppe geht bis zu langs auf die Nerven. Heu. Ja. Inament Comics ist die nächste Frage auf dem Weg nicht auf dem Weg. ...Z situación ist das Itu. Ja. Jungen Jungen zwei kommen von anderen Seite zum Treibhaus ist es wieder an der Karte der andere Betriebe um die dort ist ein gestartet Mian Mian mit Kultus gegen die Gäste der Karte er hat die jungen wir wollen ich habe alle erzutreißig führer wolf ich habe ich bin von mir alle liebte die hälfte das ist ein kleines führer von nur minis mit gut gut in die richtung autobahn oder er die kurzen aufbauen und das müssen werden der Kontrollab stürzt ja so ist nicht antwortet die Europäer und so ist er mit der Welt mehr als gut Romanoi Kanzer mit Höchstgeschwindigkeit ist diese eine Kurve gerade da wieder geradeaus wir kommen näher wir fahren wieder auf der deutschen Seite sie werden wieder gelesen es hatten die aber gut Vorsprung oder die haben auf dem Scheiße zusammengefahren wirklich ich wuhu wuhu alter wow hallo bremsen da stehen sie alle jup jeder einer fährt oh hinterher oder ja das kommt auch schon der Chris hört geradeaus drüber wow der geht ins Kause wie du komm fährt einer schneller ja ja keiner fährt nicht schneller keiner fährt nicht schneller ja meiner genau dieselbe Leistung kriegt vielleicht daran dass wir selbst schalten das Drehmoment ein bisschen besser ausnutzen ja wahrscheinlich nein wie ist es mit dem Golf hä ja ok automatisch na du Golfi fahr mal zu da vorne das war aber schon mal ich komme auch schon näher ja kommst du jetzt in Klingin kommst du jetzt in Klingin kommst du jetzt in Klingin ja im schwarzen im schwarzen ziehe ich auch grad so ein bisschen langsam an wir kommen näher ja wir kommen näher ja ja ich bin jetzt wieder nuss im schwarzen habe ich auch ich lebe keine Ahnung hat Angst ich lebe kein Züchen mehr an das Angst mit der Lex hat Auto gewechselt der hat jetzt was schnelleres als ein R32 als ein R32 ich lebe keine Ahnung ich lebe kein Züchen mehr an im Minium tschuldige da ist er wieder sorry alles gut die denken sich was ist jetzt hier kaputt golf treffen mini treffen was ist los hier ne einer fettmasse eigentlich ein astromatik mir fällt der scheiß damit in deinem und tschüss und gegräß mit dem golf wenn du meinst du hast ne schoß gegen meinen scheiß renner ist da was los jetzt haben wir sogar noch verschalten und der kommt dann mit seinem golf los weißt du es gab bei mir gelegt ja ja ich will das voll an ihm vorbei ich weiß ja nicht die mauer nach ja wenn gas gibt es auch weg das ist doch schon klar sag ich doch schon kommt er wenn was er ratten kann das ja jeder und der auto das ist ja gar nicht unfair nein nein das ist nur zwei kameraunterschied jetzt haben sie alle autoberex jetzt haben sie alle autoberex und das ist also wirklich ziemlich hart ausgepräst gerade welcher ist schneller der mit dach oder der ohne dach der ohne dach ist ein bisschen zu hecklastig das ist ja 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 Königsegg oder was? Was hat er vor? Die schauen jetzt blöd. Die machen einen Königsegg treffen oder was? Ne, da fährt einer an den anderen. Das ist auch ein Königsegg. Ne, das ist ein Maserati. Maserati MC12? Mit den Autos fahr ich gar nicht mit, Leute. Ich bin nicht gelähmt. So, Anmeldung läuft. Ich fahr gerade erst mal so 4 Autos vor und es bleibt erst mal die Hälfte hier stehen. Was glaubst du, ich schalte die Lukas noch um auf Handschaltung bevor er das Event stoppt? Ich weiß ja nicht, ob er das macht. Was? Ja, ich hab uns angebildet für Skriften, Kollege. Achso! Ich muss nicht gut auf Manuel schalten. Schon zu spät. So, ich bin drin. Ich bin nicht zu spät. S1. Oh, wie die. Ja, wie die. Ja, wie die. Ja, wie die. Hab ich da was? Nö. Winter. Boah, was? Boah, was? Boah, was hab ich denn da? Danke, dass ich mich wieder wagen sehen darf. Ahaha. Äh, 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 ich nehm mich selber gegen allen. Ja, im Setz! Ja, ich nimm uns. Ich, ich, ich teste grad, ich teste mich grad durch meine Autos durch, also ich fahr jetzt was anderes. Achso. Ja, ich hab den genommen, wo ich noch nicht getestet, wo ich noch nicht gefahren bin. Ne, ich nehm ein Drift-Team-Auto. Ich fahr einen von dem Formula Drift und ich hab alle ausgubiert, ob ich den, wo ich das grad habe. Da wir, glaub ich, sowieso wieder mitten in die Season rein hüpfen, bleibt sich sei wurscht. Ja. Ach, f*** die Henne. Du kriegst das Winter zu rennen. Boah, ich hasse Winter. Ich kann den Winter nicht mehr hüpfen. Also ich werde das mindestens letzte mit dem Auto, sag ich dir gleich im Voraus. Was hast du denn? Ich habe Angst vor diesem, ich hasse diese Strecke. TVR Speed 12, mein Ernst. Du hast doch noch vor, Punkte zu machen, oder? Du hast doch noch vor, Punkte zu machen, oder? Na ja, ein bisschen. Sagt dann über Autos an, wahrscheinlich beide. Und zwar uns alle. Ne, mit dem Auto definitiv nicht. Ja, aber ich kann im Winter nicht. Ich krieg's im Winter nicht hin. Ich fahr bei dem Auto, was ich noch nicht ausprobiert hab. Ich hab's auch noch nicht ausprobiert mit dem. Ey. Also kann ich das... Weicht die Huren so eine Strecke und dann auch noch dazu auf Schnee. Oh fuck ey. Äh, zieh. Also heut las ich euch den Vortritt, Leute. Zumindest zu dem Rennen. Oh. Oh. Also die TV-Orts und Driftens. Scheiße. Nimm bloß nicht. Nimm bloß nicht so sein kann, dass die TV-Orts und sich für ihn so... Scheiße, ich weiß nicht was. Du weißt, dass ich nicht mehr ins Leben bin. Ich weiß nicht, dass manche Leute gehen mit Autos driften, mit denen du nicht driften kannst. Oder andere nicht driften können. Zum Beispiel kannst du sogar mit Autos driften, wo andere nicht können. Zum Beispiel können auch vielleicht welche mit dem TV-R, mit dem die sich driften können. Oder mit dem TV oder dem Ding auch immer heiß. Ja, ich hab den schon öfters in einem Drift-Abenteuer gesehen. Genau. Und die haben da echt gut Punkte gemacht. Mit einem TV willst du? Ich hab dich überdreht. LG oder Samson. Oder Samson. Ich wusste was. Ich hab die Philips genommen. Im G-Light. Der FD hat ihn aufgegeben und ist schon stehen geblieben. Das ist ein BMW. Alter, diese Strecke ist doch eine Krankheit. Das Auto ist ja eine Krankheit. Ich frag mich generell, was du für einen Knall hast, dass du über dieser Strecke mit diesem Fahrzeug fährst. Ich will halt mal was anderes machen als die anderen. Wenn ich mit dem Hintergrund jetzt klarkomme, dann komm ich mit diesem Auto hier klar, wo ich hier grad fahr. Ja. Ja. Verschleiß natürlich. Weil so schlecht ist das Ding gar nicht. So, wer liegt denn vorne, oder Chris? Was? Chris liegt vorne. Chris liegt vorne. Er ist ganz vorne, Blacky ist danach. Der ist der letzte Leber, weil du ein geschissenes Auto ist. Ich bin auf dem richtigen Platz, aber Alex ist auf dem falschen Platz, du solltest weiter oben sein. Nö. Ich will doch nicht immer gewinnen. Beziehungsweise, ich will nicht immer der Erste sein für uns. Ja, das ist immer... 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 Das ist voll ungewogen. Das ist immer... Ich hasse die Christian schon. Mit einem M6, was für den Unterschied. Ja, das ist 100 Pro die Fahrzeugtischung, was der fährt. Der weiß ist das, gell? Ja, das ist ein Fahrzeugtischung. Da ist die Fahrzeugtischung. Boah, der hat's aber drauf, der Typ. ich habe gesagt hat manche Leute kommen mit dem Auto klar, manche mit dem Auto schon klar ich sag so, sorry du Model alles gut, habe ich jetzt etwas gesagt? ja, du bist nicht beschwert ich beschwere mich nicht doch, du bist doch jetzt schon wieder Junge das ist klar, dass ich dich nerven will du bist doch ihr quals für sich da bin ich als reichsichtig zu nicht nur wichtig es wurdeprobiert dass das Sons R 있 Peak nicht 명ies�reif erlaubte die St w Premier so und das ist das scheiß kann man nicht ja ich sehe es mit dem kann ich keinen starken Winkel einhaaren, was ist denn das weg? ich weiß aber du musst auch sagen die Karte ist generell ein kompletter Scheiß nein das ist einstellungs Sache das Ding gehört immer noch mit unter zu den schnellsten Autos im Spiel ja das stimmt ich finde das Ding ein kompletter Scheiß ich komm mit dem Handling nicht klar, ich komm mit der Beschleunigung nicht klar ich sag ja das ist einstellungs Sache bei dem Fahrzeug da muss man echt sagen, dieses Auto kann nicht jeder fahren nein, definitiv nicht es wäre auch zu einfach wenn es jeder fahren könnte, oder? ja, es wäre einfach wie bei Need for Speed, weil es einfach nur Gas geben und dann driften ja, richtig aber Gott sei Dank ist es nicht aufgelöst bei Need for Speed ja, Need for Speed hat ein bisschen zu einfaches Drifting ja, was halt die von einem weg war und eins oder zwei ich weiß nicht, ob es zum einen sei ja, im einen sei gab es du es sind die geileses Spiel einfach ja, aber es sind trotzdem die geileses Spiel ever gewesen ja, aber es gibt auch Drift Events in den beiden Teilen, nämlich im ersten und im zweiten ich hab's noch Drift Events 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 jetzt mach ich richtig Punkte, was ist das? Das Renn ist gleich vorbei Oh, ich bin noch zweiter geworden. Was, bin ich jetzt noch letzter geworden? Nein! Nein, doch nicht. Ich bin nicht letzter. Oh, ich bin noch zweiter geworden. Hätte ich nicht erwartet. Die werden sich jetzt richtig in den Arsch beißen. Oh, wir sind da fast kurz... Wir sind sogar in der kompletten Reinkunde. Okay. Mein Drifthub-Auto. Sterbender Schwan. Zwei Sitze in einem Drifthub-Auto. Okay, das habe ich noch nie gesehen. Oh, ich muss kurz noch mal richtig stehen. Aber getunt hast du den TVR trotzdem? Ich habe den nicht getunt. Wer dann? Sein Heck ist nicht nur anders, sondern der hat doch keinen Spoiler. Der hat von Hause keinen Spoiler. Da ist gar nicht so ein Video oder das Gewinn. Okay. Ich muss mal auf eine Klinik, den wir bleiben. Ein Klinik. Ich bin doch vielleicht nicht mal zur Zeit. Bist du mal in den Klinik? Lass doch mal in den Klinik. Ein Klinik. Bist du bloß neidisch? ich bin ich habe auch einen meiner sogar weiß was wäre letztlich und er ist da das zweite ich werde eh stehen so bleibt ihr stehen aus prinzipien Oh, zu viel Winkel. Ups. Schwier. Nee, das Auto ist grau und hofft. Hat einfach verpasst. Ich frag mich generell, wie kannst du Baupunkte mit dem Ding machen? Ja, kannst du halt. Ich muss versuchen, dass ich es versuche. Gut, dass ich im ersten Gang versuche zu drüften. Muss nicht mehr. Jetzt siehst du, dass wir schon zwei, die gleiche Meinung haben. Ja, wir müssen nicht weiterkommen. Was ist das so? Off. 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 Wow! Ja. Ja, rückwürgst du es nicht durften. Es wurde grad was gesagt, ich hab grad nicht aufgepasst. Alex, was machst du noch? Ich versuch die Kamera unter Kontrolle zu halten. Ja, ich seh's. Checkpoint verpasst. Jo, war sowas von. Sondern wenn du nicht irgendwie Punkte machst, während du Checkpoint verpasst, verhältst du deine Punkte, ne? Was ich noch mal gesagt hab. Ich hörte auf über das scheiß Kamera die ganze drum zu fuchten. Ja. 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 ... ich finde dieses Quersch-System ein wenig zu heftig... ... hier ist es ja gott sei doch nicht im Drift ist es noch mehr eine Krankheit hier fährst du gerne mal gegen die Wand auch wenn es nicht mehr geplant war mein Drift versucht ja niemand extra gegen die Wand zu fahren hier fährt jemand mit dem Mustang und künstlich gebacken der überdreht mehr als er fährt wahrscheinlich ist er die Einstellung nicht gewohnt er hat keine Übung in dem Auto weißt du? ich weiß, da werde ich was erwähnen scheiße da jetzt verkauft voll komplett zu Rüge vorbei wenn ich in den Zielsicherl ist er noch ins Ziel gut nicht als schlimmer war vorletzter nicht vorletzter das ist ein der gleiche wird man zuerst vor das ist das ist der er hat er kann uns das weiß ich jetzt zum Beispiel sind wir keine Zigaretten das ist wurscht wo sie werden wird so viel ausreichend die Strecke mag ich jetzt es ist wichtig weil ich nicht so oft ist gar nicht und ich hätte sich in Formel hat für mich jetzt über den anderen Wüfte gefahren und nicht für mich war nicht so gut Ich warte bis der Nissan dahinten, wenn Gas geht, was macht der da jetzt stehen? Nein! Was? Ausgerutscht. Ich weiß nicht, ermittliche ich hier nie wirklich viele Punkte hin. Also ich hab hier schon 55.000. 60.000. Nur in dem Kreis. Der E3, der gerade neben mir abgeflogen ist, hat es auch nicht gerade mit dem Auto. Ja, das ist es. Die meisten Leute, die sich mit den Autos denken. Ja, BMW ist einfach. Blablabla. Aber das sind dafür Leute, die denken, okay, in der Fluss geht es einfacher, als es müsste es hier noch einfacher sein. Das könnte vielleicht auch sein. Ja. Nicht schon wieder. Immer hier. Ja. Übrigens der Fehler mit den Punkten, der soll am Montag gefixt werden hat es geheißen. Was für ein Fehler. Ja, den, was sie da gemacht haben mit diesen Autodingern da. Dass sie alle weg waren. Ja. Mann, ernsthaft. 500 Punkte. 500.000. 500 Punkte fehlen mir. Die Fähigkeitspunkte. Die verteilt ist auf jeden Fall. Die Meisterung. Dass die gemüllt wurden. Dass sie überhoben werden. Das weiß ich gar nicht. Ja, wenn man so besorgt, dass man die News anschauen. Nein. Das wird die Fähigkeitspunkte. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich habe sie so übergeschrieben, dass es vor so ein Problem hat. Wenn nicht welches. Ich habe nicht mehr als 160.000. Was, was ist mit Dylos? Wieso? Ja, ich habe keine Ahnung. Wieso? Ich habe gar nicht gewohnt, dass du so weit unten bist. Ja. Oh Gott. Kommt fort. Ich mussm nicht so aufs Autoschieben. Ich hab nicht mehr in die Strecke gekommen. Ja, Ich wusste es noch nicht. Ja, ich muss mal in die Strecke machen. Ich soll Karaoke auf Whandler kommen. Dann Slide table 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 table. Ich mache in die Strecke. Da last time I. Das war's nicht mehr drin. Es war mein Du. Da sind keine Quantum-L wystühbarer von James какой- helium Grand, Ich mag die Strecke. Ich klebe beinahe an der Wand, an den Wänden hier. In der Strecke. In dem richtigen Raum jetzt zumindest. Ist halt süftikulär. Boah, alle schon wieder. Ey, das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Oh, meine Fresse. Es kommt ja nicht rein. Ich weiß, dass wir flühen sollen. Ich weiß nicht. 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 Ich bin sehr zufrieden. Ich bin diesmal nicht scheiße in dem Spiel. Ernsthaft? Ich finde mir das zu wenig für Level 24. Ich habe gerade einen schwarzen Bildschirm. Ich habe gerade einen schwarzen Bildschirm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich nehm mal nen Undercriss Ne, ich komm mit dem Hut zurecht Komm ich auch grad dem, aber ich will auch mal Undercriss probieren Hast du inzwischen mal die Mustern getestet? Die Mustern? Ja Ne, noch nicht Hast du schon mal auf Skyrim gedriftet, aber noch nicht in den Driftevent benutzt Warte, mich triggert grad diese scheiß Klassikmusik, die grad im Hintergrund läuft Tja, deshalb hab ich andere Musik auf den Ohren Ich hab das Radio ausgehabt Und das geht jetzt einfach auf Klassik Eventmusik Zune 36 werde ich eingernfahren Den Breitbau Aber der Breitbau kostet mir das Auto Oder AJ? Entschuldigung, ich hab's gut verärgert, warum mach ich nicht 36 kostet mehr als das Auto Kostet 5 Tausende Brepper Echt? Nicht mehr? Nein Warte, welche? Die Montage ist teuer Was sagst du? Was ist teuer? Die Montage ist teuer Ja Weil du das Auto flexen musst Ja Du willst dir kurz davor anhelten Was ist das? Ja, das sind aber drei Benni Ach, hier gibt's wieder die Hühner Ach ne, schon wieder die Hühner Hey, wieder die Hühner Oh, muss ich doch, dass sich wieder einer bespricht Sei leise Oh, dass wir wechseln grad die Strecke Ne, ist der andere, ne ist eigentlich der andere Ja, hab's grad gesehen in der Burg Alex, Benni hat mich grad gefragt, warum du Sechster bist Hab ich doch gesagt, ich lasse Hütteln vorher Sonst weiß er ja nicht Ich sag's ja mal Ich sag's ja mal Ich will nicht immer gewinnen Das ist nur die ganze Spannung aus dem Spiel Extra scheiße fahren, nur in den Kurven dürften Da fahr ich nur den größten Scheiß zusammen oder Alex ist wieder gut Alex hat ein anderes Auto, mein Freund Alles weiß ich Boah, bleibt doch auf der Straße, du Scheißteil Boah, bleibt doch auf der Straße Boah, ich bin grad'n Level aufgestiegen Boah, ich bin grad'n Level aufgestiegen Na, keine Bekennung Na, keine Bekennung Na, keine Bekennung Der Kampischen muss ich kurz raus, weil ich muss essen Nimmst du mal ab? Soweit gedriftet? Ja, verdriftet Die Kumpel besteht vielmehr aus uns als aus Randon Spielern Die Stufe von Schlafen Die Stufe der Zwischenzeit Die Stufe von Schlafen Die Stufe von Schlafen Die Stufe von Schlafen Ah, überdreht. 445.000 auf der Strecke. 445.000 auf der Strecke. Das ist einfach. Ja? Ja. Okay. 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 Ah yeah. Yeah. Okay. Okay. decent. Come on. Zitzen. Untertitelung des ZDF, 2020 ja Nein! Übertritt! Das ist nach außerhalb der Strecke! Das ist gut! Das läuft doch und fahr nicht gerade aus! Was ist denn vorletzter? Was ist denn da kaputt? Was ist denn vorletzter? Ich finde es gruselig, dass ich gerade über Chris De Center bin. Ja, es gibt aber den Komplettner. Wenn ich jetzt glaube ich auch nicht sagen soll, ich weiß. Das ist wirklich letzter. Was? Die Punkte sind generell alle so hoch. Und alle so um die Minimum um 300. Ich bin doch auf der Strecke. Okay. 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 Ich bin doch auf der Strecke. Ich bin doch auf der Strecke. Ja, du musst schon immer auf der Strecke bleiben. Das weiß ich nicht. Du musst sonst sagen schon zu deinem Auto bleiben auf der Strecke. Ich bin doch auf der Strecke. Ich bin doch nicht sicher. Jetzt bin ich nach oben gestiegen. Ich bin normalerweise scheiße, ich wäre jetzt in dem Ding glaube ich letzter. Ich bin Achter, obwohl ich scheiße bin. Ja, aber das ist schon heftig, von ganz unten wieder mit hoch. Ich muss nicht mehr lernen, mal aufhören außerhalb auf Drecken zu driften. In 10 Sekunden schaffe ich nichts mehr. So, Achter. Von ganz unten auf welchen Platz? Fünften, naja, das ist schon übel. Alex ist dritter. Nö. Stopp. 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 Oh, mir ist es warm. Ich muss mein Ohrland hochmachen und mein Fenster aufmachen. Aber ich bin zuvor zum Aufstehen. Du wolltest essen gehen. Ich weiß aber erst nach dem kompletten Ding. Es ist jetzt der letzte Reihe. Es kommt ja erst nach dem Rennen. Ja, dann geh mal raus, oder? Nach dem Rennen. Das R-Kling ist nöt. Aber wie siehts aus, Alex? Schomm, dann ist der Stream vorbei. Dann gehen wir alle ins Bett. Ha 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 ha! He 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 he! Neein, ich nicht stein! Also der Blecky muss jetzt mindestens dritter werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Mann, was geht? Natürlich übertritt meine Karne. Die Karne. Das war's für heute. Achtung! Alter, ich hasse diese Strecke. Da magst viele Strecke nicht. Das habe ich auch schon gemacht. Aber gerade ausdriften kann man halt nicht. Ja doch, kann man schon. So soll man nicht das Prinzip von driften. Ja ja, das weiß ich schon. Soll ich dir was. Du bist nicht zu früh. Jetzt kannst du nur noch so, hier das etwas drauf jours. Soll es mir die Strecke nicht mehr zum Glück mehr. Also kann ich das mit einer Strecke nicht mehr zum ключ. Soll es dir ein, dann sollte ich es nicht mehr zum Beispiel. Du kannst die Strecke nicht mehr. Lauf ich, dass du da ankriegst. Ich glaub dich gar nicht, was wusstest du denn? Schrauben die Tag in der Schraubung her. Schrauben sie zum Schrauben im Abi an. Schrauben sie noch vom Schrauben. Schrauben sie sich heraus. Die Kaffee wird im Schrauben auf dem Kaffee und auf dem Kaffee die Kaffee werden in der Kaffee die Kaffee die Kaffee die Kaffee die Kaffee colourful. Das ist das Wichtigste. Ich habe die Maschinen vorgebracht. Das ist auch ein Zeug. Ah, nie, 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 nie. Wisst's, was ist denn heute los mit dir? Ich hab keine Ahnung, Alter. Du siehst, wie ist die Sorge? Oh, sechster. Oh, zweiter noch. Fünfter. Ich bin nicht aber zufrieden. Mein Gott, was er hat? Ich bin nicht. Ich geb ich nicht zufrieden. Ich bin aggressiv. Was? Kurz zur Duberstufe 200. Fast. Also ja, ich bin mal kurz weg, mein S0. Oh, wie geht das? Ja, schweib her, friss mir s0m, du Brickgalitzus. Raus, okay. Also. Süß. Was soll mit mir sein? Immer. Ich hab jeden Tag einen neuen Dachschaden. Nix nass. Nix nass. Nix nass. Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Nix nass. Nix nass. Ja, auch denn eine Minierung. Die Teeballen. T-Shop. Pfff. Noch mal laufen. Nix nix. Na! Was? Nix nass. Nix nass. Nix nass. Nix nass. Nix nass. Wo seid ihr? Hinter dir? Ja. Hä? Was war jetzt das zum Fell? Mich hast du erwischt? Wie denn? Du warst bei mir Geist? Ok, hat nicht so geklappt wie ich das wollte. Echt jetzt? Was geht mit dir, ich wollte gerade um ihn rumdriften. Bleck wie fahren wir ins Haus. Ja. 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 Jetzt kam wir schon mal zum Glück. Lirr hatte gesessen. Lirr hatte gesessen. Mal kurz Fuhrpark. Achso, ich habe jetzt meinen Morris Traveller bekommen. Das Auto. Ja, zum Start halt. Einstellen. Äh, da wollte ich doch gleich rein. Äh, Löckchen. Boah. So. Wo ist das denn? Boah, so. Boah. 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 Ja, was sucht man eigentlich bei Wunder? Geh mal auf. Becci, geh mal auf. Du sagst mal, was ich suchen darf. Ok, ja, wenn es mal ein bisschen schneller lädt, könnte ich es dir sagen. Ich bin schon extra, als ich gesehen habe, was du hier vorhast, habe ich gedacht, ok, gehst du gleich designs, gehst du gleich aufs Suche, Abnahme eingegeben, brauchst du zu versuchen tippen. Gott, ist das Laden heute wieder schnell hier. Ich glaube, dass die Momentan wirklich sehr Performance-Probleme haben hier. Hm. Also. Und zwar genau... Genau. Jetzt, oder? Jetzt, oder? Was ist das? Ja. Ich lade. Bitte genau. Ja. Habs. Gut. Gut. Vielleicht kriegst du jetzt was zusammen. Vielleicht kriegst du jetzt was zusammen. Vielleicht klaut sie bloß an der Lackierung. Ja. Du hast ja das auch für einen RX-5. Äh, MX-5. Nee, MX-5 habe ich das Design nicht. Oder RX-7. Hab ich auch nicht. Hab ich auch nicht. Ein 8er. Hab ich auch nicht. Hab ich auch nicht. Außerdem Pink. Ich hab auch nicht. Äh, hast du nicht. Okay. Sagst du nicht. Ich hab's. Nein, hast du nicht. Nein? Nein, hast du nicht. Du hast den Pink und das ist nicht. Nein. Das ist halt... Das ist halt die, 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 die Girly-Version. Jetzt hab dich doch nicht so. Die Girly-Version. Ha! Nicht nur, weil ich eine Frau spiele. Heißt das nicht, dass ich die ganze Frauen dran mache. Merkst du was? Merkst du was, ha? Ja. Ja. Pitzkitz, pitzkitz, pitzkitz. Bitte was? Wie gesagt, das wäre nicht so schlecht. Oh. Das schaut gar nicht so... Boah, das schaut mega aus. Nein, äh... Pink, Gold ist der. Da hat einen goldenen Schimmer drin. Ach, mit einem Team-Auto. Da hat er auch noch keinen. Lukas hat auch noch keinen. Lukas hat auch noch keinen. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? In dem Design. In dem Design. In dem Design. Ja, mit 30. Ich bin kein Fisch. Darfst du dir mal einen aussuchen, dass ich ihn dann machen kann. Boah, ich kann das essen. Das war's für heute. Oh! Das ist gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Aua! Ey, ich weiß echt nicht auf die Schnelle. Pssst, boah! Wo sollst du den großen Zeh lutschen? Wo? Auf der Couch? Auf der Couch. Auf der Couch. Auf der Couch. Auf der Couch. Ja. Lecky, wo bist denn du hier? Nebendur. Nebendur. Das geht aber gar nicht. Ich bin neben dir. Ja, komm. Wett nicht. Du bist nicht neben mir. Heißt gar gar nichts. Heißt gar nichts. Hehehe. Alter Schwede. Alter. Ich hab's mal mit dem Telefonlad. Ich hab's mal mit dem Telefonlad. Ich hab's mal mit dem Telefonlad. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fahre jetzt irgendwie gerade mit einer Hand. Ich habe mal eben Hecke geschnitten bzw. gemäht. Schaut doch cool aus. Dura schön aus. Lampen. Ich weiß noch mal was. So. Bisschen gehört, ich kann nicht fahren. Und jetzt? Jetzt? Wie sagst du noch? Wovon mich fragt, warum nicht ne Bär drum steht. Was hat's getan? Oh, ich hab da noch nicht gefunden. Oh, ich hab da noch nicht gefunden. Ob der Bock drauf? Klar, warum nicht? Und gibt Vollgas, der ist ein bisschen weit. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ah, 30 Kilometer. Au! Links abbiegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Los. 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 Ich pack mich jetzt mal aus der Seite, weil ich mich fahren kann. Ich kann doch gerne ein Bild von meinem Teller schicken, ne? Das ist gut. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Oh, shit, 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 shit. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich kann es nicht sagen, bei mir steht ja nur, ey, der Kolonieführer muss da sein. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Noch eine Minute, äh, zwei Minuten. In 400 Metern links abbiegen. Also mit einem Lycana durch die Luft fliegen ist ein bisschen schwierig. Links abbiegen. Scharf links abbiegen. Also mit einem Scharf links abbiegen. Ich bin transportiert. Ja. Ich bin beflogen. Ich bin durch den Fals hängen geblieben, habe ich keinen Bock gehabt. Scharf links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Du bist früh dran. Ja. Aber ich wechsle Auto mit den Beinen. In 200 Metern rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Jo, das ist neu auf. Bei Esther Fürsch. Wolas Bünder stone ich ihm nach 버ellen. 榴i trace? Tom, 8o. 5o. 2o. sind? Los! Was inHelp mit der Adult 24und ist? ja nach kräpige Hände und ein Auto fahren Das war's. Rund 1 beendet, Reich gibt Rastwein. Jetzt geh schnell. Ich wollte gerade sagen. Wir sind hier 7, 8 Leute oder sowas? Mhm, das ist ungefähr. Mein Alex ist ein Spielmenü. Ah, er stellt seinen Wagen ein. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Sechs los. Eine, keine Ahnung. Da liegt ein paar Lösen. Tokio Draft, Bats. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, ich hab's gesagt. Tokio Draft, ich driftet. Ich hätte schon gedacht, ich muss mit dir zusammen krachen. Bleib doch still. Ich will bei nächster Gelegenheit wenden. Meiner fährt Willi trotz keiner Willi-Einstellung. Überm Berg. Nächster Berg. Burek. Bei nächster Gelegenheit wenden. Start. Hunde 2 beendet. Drei gibt's hunde Nein. Doch, der gruschnitt. Auto ändern. Ey, wechsel. ist das so ein Bereich hier, ah ok sehe ich gleich naja, ich wollte nur nicht sehen, was das genau ist schlöder Acker, Großfeld, paar Bäume weg ist üblich also und mit einem Geländerauto unterwegs, was in Army Farbe unterwegs ist cool, das ist die ich kann fliegen vorgeln vorgeln schlöder 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 Ich finde, ich strand immer noch am besten. Ich hoffe, ich freue mich. ich bin als die Götter die Götter diese Karte etwas besonderes und die kann ich bitte bekommen die sich nicht wenn ich sorry vergessen ich habe vergessen jetzt sind wir nicht so unsichtbar auch wenn der pause trinkst du ein bisschen noch unsichtbar auch ich schaue nach vorne seitwärts fliegen das bieter du musst doch seitwärts fliegen ja seitwärts gesprungen um was soll aber was für eine geile und jetzt gehen wir nach Hause ich bin zuhause ich bin zuhause ich bin zuhause ich bin zuhause bei einem habe ich nur 29 bei der anderen 77 sie haben das ziel erreicht das mache ich jetzt nochmal und guck mal ob ich es nochmal schaffe ich gehe mal eben ein Rauchen ich mach das ja mach das du bist du guck mal ob ich es nochmal so entkrieg guck mal ob ich es nochmal so entkrieg nein ich will es nochmal schaffen mit der Fasrolle Pascal habe ich auch nur durch Zufall geschafft nein das war so ich will dieses das ist ja so kann man es auch machen genau so kann man es auch machen genau so kann man es auch machen hab schon gesehen what the hell what's ok ich würde sagen wir schauen wieder wer es aufs Dach schafft Alex hallo 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 schau mal komm Luca schau mal wer es aufs Dach wieder schafft seid ihr alle ihr Psufe oder was warum denn jeder fährt am anderen hinten rein hat der Psufe nicht unterwegs sag ich ich habe nur eine Bierflasche stehen also nein und 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 alles andere passt auf oder der Huni Truck soll ein neues Soundfile bekommen haben gell was hat der ein neues Soundfile bekommt hauptsache der Huni Truck aber nicht der aber nicht der Weifer der vollziehen hört sich so scheiß an der Huni Truck den kannst du gar nicht haben weil der ist vom vom Autopass und den hast du nicht nö den hab ich auch nicht und der hat einen V6 so ach so der tiefer gelegt der der neue okay kein Blockseil ja ich hab's grad ja ja ich hab's grad verwechselt dem weg angetriebenen pick up ich muss grad beim Wagen wechseln denn wenn ich jetzt verhage der ist viel zu langsam ja Mimimimimi Mimimimi 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 Was ist denn das mit der Mercedes Mimimimi Das schafft es jetzt Versucht es jetzt auch also Mimimimi das Mimimimi 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 Mimimi Mimimimi Mimimi Mimimi Der hört sich aber echt anders an jetzt Mimimi Mimimi Ich kann ihn original sagen ich kann es nicht behaupten ja, tot er zumindest bei dem Sound von einem Nesca perfekt eingepackt und, 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 Dach oh, wie, wie ich eingeschlafen ich hab's geschafft ok, schufst du ihn runter schufst du weiss wie Schanzen fahren, was mag ich nicht für Anderchanzen vorbeigehen ja, fast nicht ja, weil das war Anderchanzen vorbeigefahren das kommt weg oh oh, das ist ja ganz das war nicht schlecht, oder? das war gut, ja was ist doch mal die Bäume stinkriss so, ist ne perfekte Bremsanlagen nie ich bin auf dieser alte Bugatti ich bin auf dieser alte Bugatti oh 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 nein der ist genauso angestanden stell dich auch neben mich oh ich muss durchgehen alter Arm ja jetzt legt euch das Interlante aus wie bei diesem Vollidur und wenn wir zuschauen oder wie noch irgendwas doch ja aber das untergefallen da kommt was ja kommt was da der ist runtergefallen der ist runtergefallen ja der wird glaube ich nicht mal im Meter weggeflogen mhm und und steht ja ja er steht er steht er ist immer schon zu dritt aber den kannst du nicht berühren ich hab dir gedacht ich bin jetzt nicht mehr an die Reutung unter zu schubsen jetzt macht jeder Foto oder was Fotoshooting auf dem Dach ja klar oder nicht ja ist der Standard Fotoshooting auf dem Dach ja ist der Standard Fotoshooting auf dem Dach ja so Lukas was los jetzt schaust du es heute noch aufs Dach nö ich hab grad den Waren gewechselt ja Alex ich trage unser Stuff mit dem ich teste den Kahn gerade ein bisschen ja ich sehs hört sich der Sound an von den beiden jetzt hört er sich zumindest mal wie ein Neskahn wenn der Neskahn-Motor da drin steckt ha 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 ist dieser Torte komm on ich bin hängen geblieben und tschüss ich darf mit dem Wagen nicht fahren da bleibt hängt okay ich hab hier wirklich ich habe mich nicht die aus sich auf's maus bei der hüft man da hingehen Lukas was machst du denn Widerwagen wechseln bei der Anderre der Knallt die ganze Zeit an die Brampe kurz vorm Ende bleibt er so steckn als bei der undsichtbare Wand die Unzichtbare Wand der ist zu tief ich wollte gerade sagen, der ist zu tief es war ein Geländewagen den habe ich sogar hochgestellt ich bin gerade mit dem Bugatti den haben wir sogar hochgefahren und den haben wir so komplett auf der schleift fast auf den Boden Scheiße, daneben jetzt kommst du nicht die Bedeutung Pff Mio ich schaff das gar nicht Alter ich brauch mir Geländewagen Aua ja bloß kein Geländewagen wo es ein Hyperclaw oder das Stuttfall oder irgendwas schnelles der geht nach nach jawoll Achtung 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 Boah Alter was war das das war ein Leichen-Hotter-Sport ja, aber das war verdammt knapp das war hier in Achtung gesagt der Auto hat es nicht auf rechts ähm ok der hat es aufs andere Dach geschafft jetzt Dachdecker der haut geht da der hatte Dächern der andere hat es auch andere Dach geschafft du musst jetzt aber nicht der Zug vorbeifahren danke da kommt was angeflogen auch nicht ich bin daneben hab's ja kalt er ist zwar auf dem Dach aber er kann sich nicht halten hier ist es runtergefallen ja wahrscheinlich weil es da zu rutschig ist ja das Dach probiere ich auch mal aus ja so kann man das aber nicht ausprobieren ja er hat zu wenig Schwung gehabt oh ich bin ja Ich hab lieber gesprungen What? Nein, nein, nein Okay Die Richtung wird bestimmt Neue, ich wird bestimmt Spul doch einfach zurück mit Y Ja, das ist gut Ja, das ist gut Ich hab nicht in der Lift gedrängt Ich hab nicht in der Lift gedrängt Verdammt Zu weit Es kostet zu viel Prozente Und? Du bist da nicht recht 10% Und 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 Zwei links Zwei links Ja Bist du oben oder wie? Nein noch nicht Aber bald Das ist gut Wieso? Wenn ich nicht zu weit springen würde So weit Komm jetzt ärgern wir und Lucas ne Runde Ja das geht Warum? Wieso? Weil ich's kann 4 2 Äh, check's nicht Nein Wieder zu weit links Ja das dachte ich mir auch Mä Woh Alter Punktlandung Alter Ich Habe ich dein Dach benutzt Oder deine Motorarbeit? Du sprichst du das ältere Zwei seitenspiegel erwischt ich hoffe es kommt hinzu ich bin durch das Dach geflummt du wolltest doch das Dach das wird nix ok Luftbremsen ist nicht so ne ich hab mal gehört an der Luftbremse nicht so viel das kann so nicht sein auf dem Dach kannst du stehen bleiben da fällst du durch echt das war eben umgekehrt komm 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 shit das wird los nein von dem Dachs von dem Dachs nicht ich zwinge den zum Driften und der geht nicht das ist mit Dorn mit Humpen und das aus Alex Hedlund das wird das wird das wird das wird da kommt komm 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 ja alter Schmiede mit der die ich werde schnell rammst du nicht hui BOOM Katz, hast du geschissen oder was? Da kommst du im Doppelpack. Alter! Jawohl! Warte, starten wir zusammen! Hallo! Ja, ok, noch nicht. Was denn? Starten wir zusammen! So! Wir gucken, wer es als erster schafft. Komm in Urlaub! 3, 2, 1, los! Oh, da kommst du! Scheiße! Ein fliegendes Auto, zwei fliegende Autos... Oh, ich glaube ich muss... Nö! Naja... War zwar richtig, aber... Das ist mir zu wenig schwierig. Alter, alles, was ist gut rum? Ich wäre, glaube ich, zu bald geflogen, wenn ich auf dem Dach geflogen wäre. Wenn ich auf dem Dach geflogen wäre, wäre ich glaube ich sogar zu bald. Was habe ich? Dass du da auf dem Dach hast. Ich glaube, wenn ich sogar... Wenn ich die zu schwer wäre... Das ist doch nicht... Wenn ich die zu schwer wäre... Das ist doch nicht... Au! Das ist mein Urlaubsalter. Von welchem Urlaub? Welches? Ja... Wenn ich auf den Cotasyr fahre. Von der Cotasyr fahre! Auf den Cotasyr fahre! Oh! Und der Cotasyr fahre! Und der Cotasyr fahre! Und der Cotasyr fahre! der Dachbox drauf wisst ihr das ist einfach nur ein extra Kofferraum ist drum, drum doch Box ja das ist ein scheiß Kofferraum fürs Dach ich hab immer gedacht das ist immer für die Leute gewesen wo wir ein Surfboard haben aber nein das ist einfach nur ein zweiter Kofferraum Alter was ist denn mit dir das war nice das war nice ich dachte mir nur so was überholt mich jetzt in der Luft ey ein Lycan Hypersport ein Lycan Hypersport was anderes war es nicht überholt mich da in der Luft ey alles klar Arschgesicht auft Arschgesicht ich bin ich bin jetzt sagen ich bin jetzt für sich beleidig es gibt's doch nicht ja ja das gibt's nicht weil ich nicht klauen ist alles was in Waller existiert ich versuche ich nochmal den Toyota weil mir den als letztes Mal funktioniert ist bis zum und jetzt sind wir zu verätzen und zu sagen komplett weg die Gälder und das hat so ein bisschen nicht so Ja, genau, ein toter Geländewagen ist jetzt ein Ding, ja, es ist ein echtes Auto. Du heimlicher Öko-Fritz, du. Au! Ja, der Motto ist alles wieder da. Au! Ich hätte Gas geben sollen, weil dann hätte ich dich wahrscheinlich so ganz Rampeln nehmen können. Ja, fahr doch weg, schubst du mich jetzt nicht. Siehst du dich immer die kleinen, die großen Morden, äh, andersrum, die großen Morden, die großen Morden, die kleinen Blau wieder draußen? Ja. Und, und? Und? Oh! Was ist draußen? Oh, da kommt was abgeflogen, nein, stopp, aus! Der Witz ist, dass DKM maximal viel Wunder irgendwie, wie so immer funktionieren soll. Sorry. Laut den Einstellungen soll das Auto 400 schaffen. Macht 6 Millionen. Ja, ich weiß, das ist gar nicht echt teuer. Ja. Ich habe ihn nicht gekampft. Ne, ich aber. Das war keine Absicht. Das ist jetzt auch nicht so zu anderen Leuten sagen, ey, ich hab dich gekampft, aber ich zahl's nicht. Ich sag nur Entschuldigung. Boah. Komm schon, Dach! Dach! Nein! Dach! 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 Ja, ja, ja! Warrzt! Ich bin drauf! ich habe mich 5 oder mal drauf überschlagen auch der will einen Juggernaut fahren ich fahr vorwärts und die Reifen dringend sich rückwärts ich mach nix was ist denn los jetzt doch stehen ich cheate das schon, jetzt fähren sie schon, es sind Autos von alleine, das kann doch nicht wahr sein denn, aus von oben ist vorn, Kier auuuu nein, ich bin grad zu fern nein voll aufm Dach nein, jetzt bin ich wieder vom Dach runter du bist runter, ich bin drauf wartet wenn ich sehe, etwas Gutes passiert ich hab ja eigentlich versucht, mich das abzubringen in der Luft aber es hat nicht geklappt auuuu hau 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 ich spulst du nicht zurück ja das wollen wir jetzt nicht hin Wieso? auch dass sie wieder mit der Gamm so musst du weil ich da eine Gegebenheit also Pläckchen wo man auch zu betrachten Okay, dein Auto ist auch ein bisschen tiefer gelegt als meins. Und das Arschloch. Junge, das war alles angenehm, das ist doch. Doch, das war doch. Oh, oh, oh. Das war ja. Oh, oh, oh. Wie soll alle Autos fliegen jetzt? Bist du auf dem Zug gelandet? Fast sogar. Ich bin so übers Dach gerollt und bin beinahe auf dem Zug gelandet. Also der mit dem Skeller, was jetzt bei mir oben ist, wäre denn unsere Kolonne, der hat mich voll in der Fertig erwischt. Alter. Der ist eingeladen. Scheiß auf normale Kolonne, solange unsere Kolonne existiert. Das ist die Babu Kolonne. Kolonne meinte ich. Und, 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 und. Peng. Voll die Frisse. Entschuldigung. Entschuldigung. Der wird sich sogar wirklich hängengeblieben. Auf dem Dach hätten sie ein Schild. Platzieren müssen auf diesem Dach. Vergiss es. Warum? Ich drüber. Auf dem Dach riechen lassen. Und, 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 und. Okay. hey sieht nicht von dem Light guss mal Gas Chris das hört sich aber nicht laut an der ist richtig schön putzig leise Hast du jetzt ein Elektro-Auto? Nö, Elektro habe ich nicht. Eigentlich fand es kein Elektro. Oh, 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 wow! Geschafft. Das hätte man sehen sollen, wie es aussieht. Alex, wo geht die Reise hin? Ich fokurz ins Haus. Wow! Au! Nein! Wie ist es? Nein! 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 Das ist ein Allgard, was mir auf Front gedrückt ist. Jetzt, ey! Auch noch! Yay, noch mehr Versuche! Ich habe es mit dem zu oft gemacht. Ich bin schon langweilig. In 400 Metern rechts abbiegen. Alex, du wärst so richtig entspannt. Ich bin sicher. Warum denn Marosen? Hm. Gute Frage. Ich habe das Auto gar nicht, was ich gerade suche, verdammt. Welches surfst du denn? Das, welches du gerade fährst. Was? Du hast den immer noch nicht. Nee. Shame in you. Wo gibt's den nochmal? Wenn? Äh, bei irgendeinem Renne, wo du mit Dodge fahren musst. Dodge? Hier! Ja, genau. Hast du dein Ziel erreicht? Äh, nö, habe ich nicht. Das war das zweite Auto, was ich gestern hatte. Ja, ich habe noch gar kein Auto. Doch, ich habe ein Auto. Dieses komische 50% Auto. Ja, das habe ich auch. weiß nicht nicht. Exhale. Icharaf will ja gerne. Ja, ohne weiter. Hi! Wird auf den Tag! Komischerweise, wenn ihr nicht Traum seid, schafft ich es ja wie fast... Ich hab's mit dem Wagen jetzt fast vorher geschafft. Oh Mann! Nein! Geil! Da steh ich auf der Rampe! Wow! Alter! Da kam ein Leichen geflogen nananina nananana! Ich rutsch schon mal von dem anderen Dach! Das war grad knapp! Das war zu weit, das war zu weit, das war zu weit! Banz! Das war zu weit! Zu weit! Was? Nein! 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 Ernsthaft! Das Loch! Ja, da ist ein Loch! Ja, da ist ein Loch! Mache, wir knallen beide jetzt genau das gleiche Loch! Er ist in dem Zugstuhl, das ist wirklich einfacher! Er hat es dann exakt ins Loch gesprungen! Ich hab's geschafft noch oben! Ich hab's geschafft noch oben! Bist du? Ist das hier? Und! Batz! Und tschüss! Nein! Was ist denn mit dir? Habe ich irgendwas in dem Uve bringen, auch schon zu licht zu spielen! Wow! Alter! So, ich bin jetzt wieder oben drauf! Nein! 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 Nicht umtippen! Das ist gleich wieder runtergefallen. Hör auf jetzt! Nein! Nein! Shit! Nein! Komm! Komm jetzt! Oh tschüss! Na, kann auch mal ein bisschen sein. Ja, da bin ich auch hingeliebt. Ja, hast du es auch geschafft? Das war zu wenig. Ja, ich bin da immer ein bisschen vorherig mit dem Upsilon-Brücken. Für Upsilon. Das war zu wenig. Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss! Er hat sich selber geholfen. Hör auf jetzt! Ich glaube nicht, ich bin da oben. Blacky kann ich nicht. Komischerweise, ich bin doch wieder oben. Du warst oben. Du warst. Du warst. Du warst. Ich bin doch oben. Verips. Nein! Loic! Scheiss, da sind so viele Löscher. Du weißt nicht, über was für ein Loch du fahren kannst und denkst du nicht? Genau. Genau so hab ich's gleich gesehen. Fritzloch rein. Plopp. Du kannst ja ziemlich über alle Löcher drüberfahren, wenn sie die Streben drin haben. Boah, dein Ernst? Das hat sich sowas von gelaufen. Ich denk schon wieder fest. Oh shit. Oh, ich bin oben. Nein! Kauf dich mal einen Mixer. Kauf dich mal einen Mixer. Was? Oh shit. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Und tschüss. Ich bin oben. Ich bin oben. Oh nein 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 nein. Nein. Vielleicht steckt er wieder im Loch. bidet dasBecause. Allesous. Da hab ich wohl den Vorteil, ich hab ne hohe Aufhängung. Gibi! Und tschüss! Das war der Rekord-Sprung! Ah, das ist jetzt kriegst du auch nach hinten! Voll Gott Ginkana! Okay, ich bin glaub ich der Einzigste mit dem Geländewagen gerade. Wieso, ich hab doch auch einen. Naja, was du Geländewagen nennst gar nicht. Dann hat SUV! Dann hast du noch Tiefel direkt. Oh fuck, das Loch! Okay. Ich bin immer noch auf dem Dach. Hui! Ah, das ist einfach. Huuuh! Das war zu weit. Oh, wenn man das rückwärts schafft. Zurückwärts. Rückwärts! Ich hab's rückwärts doch geschafft! Noo! Ich wollte rückwärts übers Dach. Nicht aufs Dach. So. Aber ich hab's rückwärts aufs Dach geschafft. Ich bin rückwärts aufs Dach gelandet. Und da haben wir ihm sagen, Schiss. Und Schiss! Oh cool! Haha! Servus! Du Pisser! Opa! Er berührt mich echt, wenn ich mal runter. Er sagt. Und den Autistuner an den Kanten. Sonst wabbelt der rum. Du kannst also jetzt nicht gleich spielen. Alles mal mit dem Deutsch-Charger-Beans! Ist das noch ein Challenger? Oh, was haben wir weiterhin gesehen? Challenger! Challenger! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, sorry, ich hab doch gar nicht gesehen, was da kommt. Machst du da unten? Fahr an. Ich hab mit dem komischen weißen SUV endigen Dings da. Was ist mit mir? Steckst du fest? Ein bisschen. Was ist ein bisschen oder komplett? Oh, danke. Wow! Und der nächste. Das ist einfach so geil. Sollten wir stylisch machen. Hey Lukas, was muss jetzt? Ja, der schleidert sich grad an da unten. Der versucht zurückwärts. Ich hab zurückwärts auch hoch geschafft. Ah, ich muss weg. Nein, Saft. Der Anlauf. Das war auch. Ich weiß nicht, dass ich so lange nicht mehr verletzt bin. Leute 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 Schauts aus Leute soll ich mal in Facebook in die Gruppe rein fragen ob irgendwo ein TT läuft TT Tuning treffen wir uns Ja frag doch mal Oder CVR kannst du auffragen Oh scheiße nein CVR Cops vs Racer Das wär auch geil Aber das ist das einzige wo ich auch noch nie dabei war Ne ich auch nicht Aber das bin ich nicht das einzige So ordentlich irgendwie Wooh Schiff mehr kommen aus Du hast eine Kacke bekommen. Für den muss ich mir auch noch ein Design überlegen. Ich hoffe schon. Ja, das kennt er. Wenn er so tief ist. Ja, aber ich möchte ein anderes. Ich möchte Algenkreation wieder machen. Mal gucken, vielleicht mache ich einen Fonny. Bin drauf. Ich darf gar nicht einen Scheinepfer runter weg. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Motor drin habe. In dem Ding. Gar keinen. Drittmotor. 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 Tuning-Treff auf dem Dach. Nichts. Lekki, was hast du vor? So, ist gepostet. Und tschüss. Ja, so, du spielst hier, du fliegst selber runter. Nein, der Kack in die Arsch hoch. Okay, der ist all gerade. Was für etwas? Es nimmt ihr auf die Autos raus, wenn es ein TT gibt. Ein TT? Ich habe so gewusst, dass das jetzt kommt. Ich habe ja zwei, also. Ich habe ja zwei TTs, also. Du hast den S und den RS, ne? Genau. Du musst unbedingt in den Fuhrpark mir einen TT besorgen. Ich, ich fahr hin. Ich werde mich runterschubsen. Sonst sind wir fahren. Anscheinend nicht. Was? Wir können uns besser machen. Euch. Jetzt ist es der Wiese Gствие. Okay. Das heißt, da geht es weiter. und ich verknüpfen das ist ja wenn ich will auf der Strasse getestet testen, wie schnell das Ding ist. Was? Das war so unter der Brücke gemacht. Unter der Brücke? War gar nicht unter der Brücke. Spiel hängt. Spiel hängt nicht mehr, okay. Kann sich jetzt mal entscheiden. Ja, das war zu einfach lecky. Ja, seit dem Update haben wir die Serverprobleme. Ja, ich hab's gemerkt. Ich bin mit dem Königseck gerade auf der Autobahn lang gefahren. War bei 400 auf einmal bremst. Das Auto hat auf einmal... Warte, was ist das? Ja, du wurdest bei 400 abgebremst. Ich wurde schon bei 300 abgebremst. Und? Sag mal, mit welchem Torpedo bist du denn denn hier, Alex? Beim Challenger sowieso. Achso. Bei der Neugier. Ähm... Ich hab's letztens am PC gehabt, da bin ich mit dem Ferran von 400... Da kommt das Spiel gar nicht mehr in den Laden noch. 400... Das ist wenigstens besser als Paar, wenn ich für Speed keine würde, wenn ich zu schnell festgestellt bin. Die Frage ist jetzt nur was ich für Auto. Ein Auto? Ja. Ich würd' mal sagen, was fahrbar ist. Und was mit vier Rädern oder drei Rädern. Nein. Eins. Weil es gibt ja auch noch zwei auf drei. Es kann sein, dass du auch Auto weißt. Der Vorteton live beginnt gleich. Viel Glück. Ich weiß nicht, wie soll ich bin. Ich hab mich sogar noch den Bugatti in dem wo ich hier fahr. Der Arsch tiefgelegt ist. Hm. So. Auge. 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 Das ist ein Festival. Ich wär immer da hinaus vor. Aber um auf immer ich bin ja mich Anti Kreuzer zum Festival zu fahren. Wieso geht's live? Haben wir doch gesagt? Sag's doch. Ich nehm den. Haben wir doch gesagt gefunden... Haben wir doch gesagt! Ja. Stimmt nix! Doch. der vorzerton live beginnt demnächst viel glück das ist mir egal wie hart erwünscht ich hab den noch nicht ich schon ich möchte auch kein ich möchte auch kein geld aus ich hab ein vero ich hab ein schirer und den 10 millioner das hätte ich auch bei dir nicht erwartet ich hab dich auch nicht speziell gefragt sondern eher mehr die anderen die solle bisher ich hab eh fast jedes auto ja 530 genau zu sein siehst du vor allem ein starkes ich weiß dass es schneller ist und er hat sich gestartet ich bin ehrlich dem geizten bei nächster gelegenheit hochschönerin das ist wieder besser dann bist du dann besser rote wird neu berechnet in 400 Metern rechts abbiegen in 100 Metern links abbiegen in 200 Metern rechts abbiegen und das ist nicht schnell unschuld das gefahrt denkt dran wenn du Auto wechselst können wir dich ran oder du ranst uns ich glaube das haben sie mittlerweile auch schon gefixt echt in 400 Metern rechts abbiegen auch bei der Burg oder? ja ist immer die Burg da bei nächster gelegenheit wenden ich kann fliegen Alex weiter liegen den ich erst Anti-Mainstream ich spring von hinten ran ja ich auch rechts abbiegen links abbiegen man schlafen hab ich es wahrscheinlich nicht geschafft na doch hab ich es sogar geschafft da noch ist der Fähigkeiten gerecht in 200 Metern rechts abbiegen bei nächster gelegenheit wenden bei nächster gelegenheit wenden in 200 Metern scharf links abbiegen scharf links abbiegen scharf links abbiegen ich bin angekommen es ist vorbei wir können ja hier mal wieder drag race fahren, sogar das letzte mal Alex ja, drag race zu 4, das ist nicht so geil wir haben ja nicht die offiziellen drag race, wir haben selber drag race veranstaltet ohne rennen ja ohne rennen mit ampelstärken ich glaube der Ding kennt diese Strecke gar nicht, oder? hä? ja du Lukas, kennst du die drag race strecke hier am Strand? nein müssen die gleich nochmal links links oh sorry 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 alles gut ich gehe einfach gerade aus super we spin ja genau, hier ist eh schon rechts links mhm noch schlimmer kann es nicht gehen, ne? super we spin 20 5 5 und 5 und eine Mode perfekt ich war in die falsche Richtung, scheiße 5 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 Ich find's am Schluss geil, du versuchst zu bremsen, dann kommt Wasser, huiii, du landest auch drin. Wie elegant. Alter Schwede. Was ist? Was ist da drin, der Bugatti hat da schon Power? Grip-Probleme. Echt? Ich bin auch endlich da. Du musstest nur mit der Klappe kaputt machen. Ich hab sie nicht kaputt gemacht. Nein Blackie, nein. Alter du willst gerade um einen anderen. Einen anderen Christ. Das ist mir egal. Wir sind immer noch merkwürdig mit 2 Christen zu spielen. Dann sag doch zu Blackie. Genau. Jetzt würde ich noch vor dem Monster. Mach halt. und dann habe ich mich über meinen. Aber ich will das mal mit dem probieren. Ich habe die Zeitbeschleidigung nie gemessen. Gemessen. Weil ich es auch messe. Die kannst du ablesen, die Befeuernigung. Aber bleibt Blacky. Ja, ich schwöre bei dir. Ich wechsle auch mal. Aber ich nehme nicht das heftige. Verraschst du mich gerade? Ja. Wo ist der Bombs? Da. Also bei mir lade es. Der Punkt ist von der Straße. Jetzt geht es ab hier. Erwartet mal. Ich lebe euch. Ja, ich habe ja jetzt gesagt. Bei den nächsten Grünen fahrst du, oder? Ja. Ich sehe meine Anke nicht mehr. Weil irgendjemand von euch so gestartet hat. Ich weiß nicht, wer du willst. Na mich? Ich habe gesagt, ich habe keine Anke. Ich weiß nicht wie, wann, wo. 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 Alter. Jetzt habe ich hier die Spiele gefühlt geworden. Ja, und. Wo. 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 Ahhhhhhhhhhhhhh Herzlichen Glückwunsch! Was ist denn mit dem Urteil mal los? Nix, wieso? Ja, da fliegt der Angeförmling da vorne! Warte! Warte! Äh, ich müsste... Ich brauche alles auf das Götzchen! Das gibt es doch nicht! Das holt ich mir auch in der Geschosse, ey! Was fährt Alex eigentlich zur Hölle? Lotus? Ja, gut, oder? Dazu Lotus, ja! Ich wohne noch fünf Hölle! Was hinterherkommt! Fünf Millionen brauche ich noch, ey! Ich brauche noch... ...14,3! Meine Kacke stickiert bei deinem Sand ein! So klein! Willst du sie ernsthaft mit Magiera probieren? Ja! Hey, ich will wieder ein! Gute Martin! Nice! Geil, ne? Ja! Der Flick! Ja, bei dem wir die Offroadreifen drauf! Ich nicht! Ohhhh, Alter! Und! Überschlag! Warte! Da kann ich auch noch mitteilen! Wie meinst du? Warte ab! Oh je! Jetzt kommt's! Mann, da kommt kein bisschen hinterher, wenn der Geschenk ist! Über 400 schaffst du's! Schon ein Mörder! Alex hat ja auch fast über 400 über... Boah! Ich hätte dich fast weggeschossen! Das ist ja schon klein! Und da kommt noch was angeflogen! Da kommt noch was angeflogen! Da kommt noch was angeflogen! Der Witz ist, ich bin hier auch noch so'n kleines Stück Scheiße vom Auto her! Ja! Ja! Ja, bist du! Und Tschüss! Und wie warst du draufgekommen? Äh, ich hab grad von 0 auf 100... Äh, von 0 auf... ...200 geworden! Hehehe! Loll! Fast eine Beschleunigung! Ja! Fahr sogar zurück! Und fahr nicht die Ampel um! Nicht die Ampel! Ja! Aber Hütchen! Mann! Stell dich doch hin, du scheiß Teil! Mann! Scheiß Glückwärtsgang! Ehh! Ich finde das sowas von... Hütte dir sein! Ja, fahr durch! Ich steh noch! Hehehe! 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 Da kommt noch einer dazu. Ich hab doch gesagt, ich reich seit schneller als ich. Tschüss. Tschüss. Scheiße, ich seh den Strom nicht mehr. Kommt alles rum. Ja, fahr langsamer. Bleib mal da stehen, ich schieb dich mal an. Lukas. Schau mal, was du für die Entschuldigkeitslauf bekommst. Dein Ernst? Du bist doch preisähig. Ich weiß nicht, ich geh in die Ewesicht. Boah. Wow, hast du mich getroffen? Ja, sorry. Ich hab dich von der Geschwindigkeit leider nicht gesehen. Das ist nicht easy. Der Witz ist, mein Wagen ist nicht immer so unauffällig. Nee, gar nicht, von Weitem überhaupt nicht. Keine Ampel? Schlecht. Ich hab ne Ampel. Entschuldigung. Sag ich doch, wie du siehst schneller. Sag ich doch, wie du siehst schneller. Stell dich mal wieder zum Start. Und zwar so mittig, dass ich dich dann erwischen kann. Warte, ich porte mich wieder mal zurück, warte aber kurz. Kannst du ja nicht porten, du bist an der Straße. Was sagst du? Sagst du. Ja, siehst du da. Das letzte Mal bin ich wirklich im Start gelandet. Ja, ich bin wieder im Start und mein Wagen ist beinahe, äh, sickert beinahe ein. Fahr mal zum Start hin, stell dich so mittig hin, aber auf die... Ja, ich bin gerade dabei. Fahr doch mal fest. Mittig links. Ich wollte dir doch nur was sagen, chill doch mal. Was willst du hier? Ich verblase hier. Wow, 150. Stehst du mittig links? Was? Nee, der wurde nicht geschissen. Wo ist das denn weiter vorne? Ja, das ist der Alex. Der, der jetzt gerade am Start steht, ist nicht. Okay. Ich fahre los. Ich weiß nicht, wie man da hinten steht. Ich fahre los. Blecki. Ich habe Angst. Boah. Boah. Boah, das ist vom anderen. Von, äh, Blecki war im Weißer. Das ist bei... Aber was verstehst du unter mittig links? Ich war mittig. Aber nicht links. Ich habe eigentlich gemeint, dass du hier... Ich habe auch gesagt, ich bin weiter vorne, weil mich Blecki weggewammt hat. Nein. Hier sollst du dich hinstellen. Hier, wo ich stehe. Hier. Warte, ich habe eine geile Idee, welche sollte wir wegrahmen sollten. Der Pi. Der Piel, oder wie der immer heißt. Oh ja, der Piel. Das ist leicht. Dann ist der Gegenfest. Schuss weg geht's ab. Der P50. Hab ich nur. Nein, 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 nein. Der P50. Geil, ich darf den erstmal durch den Strand fahren. Geil. So, jetzt stellst du dich bitte. Stell... Ja, stell dich jetzt hier hin, wo ich stehe. Ja. Boah. Ich bin doch nicht. Ja, stell dich doch. Noch genauer hätte es nicht neben dir sein können. So, muss da... Schön stillen bleiben. Boah, fuck. Und ich stelle mir jetzt genau wie Melko wieder vor. Nein, nein, nein. aber auch ich bin ja nicht aus ich stehe immer wieder auf der Trenn ist so ich fahre zurück wo du mochtest da macht es vielleicht was ich gebe dir die Ego sich dafür was wir sind ich sehe dich alles das das es ich werde ich jetzt ein bisschen epischer vorgeschnitten durchmacht was war das nicht alles ist weiter weggeflogen das war alles alles Lava mal よし guckle Quart okay schuldig der Stichwörter überlegt wenn ich jetzt gekappt werde die ganze Zeit weil ich genau das wollte ich das wollte ich ja da fliegt so gerade bevor du losfährst wo kommen wir zum einen steht da du willst Schaden anstellen oder was? Schadensimulation danach geht dein Auto nur noch GmbH 5,5 5,5 mal gucken was du noch beschädigt werden kann ok dann weißt du auch Schade Simulation das muss ich schon bedenken ich bin bescheuert da steht ein Königseck und da steht die Sible Freewealer Freewealer, ja wo bist du überhaupt hin Blacky ist fertig ich stehe vor dir aber wo ist der der wo ist Lukas der Lukas steht vor dir ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht h war ich sehe ihn nicht mit gehen sehr schnell war immer alter 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 weil sie sich weiter mitgeflogen als ich mit dem kleinen Ding und nicht immer noch wie vorne halt das Getriebe hey lass uns mal rein Aua hey die Bremse sind nicht die besten Sorgen beim Korn die auch nicht in diese Ereignisse war aber auch immer was auch nicht aber das kann ich noch toppen wir müssen das noch toppen geländefähigen Köln alle können sie sich nicht in Sitzkürzis im Netz zu hören ist es kann ich nicht fahren also ein bisschen ich kann nicht mehr fahren schluss wenn ich klicke in diesem Fall angezeigt und ein halbes Jahr um Gas zu geben und es ist ausprobiert was passiert wenn nur der Piel getroffen wird ich muss erst mal wegkommen Alter mein Getriebe ist so geschrottet Alter der macht es mit dir oh nein ich fliege Unimog alles klar der Minimog ist einfach mal um die dreifachen mal größer als dieser Pinimog ich mach mein Schaden wieder rückgewicht, das ist nicht normal ich lass ihn ich hab den Schaden wieder ausgestellt damit ich überhaupt fahren konnte wie groß gibt es eigentlich LKW zu dem Spiel Unimog ist so mit der größte aber nicht der schnellste der schnellste ist der Iron Knight 10 so, also ich roll-on ne ich seh es gleichzeitig sind Streamen und gleichzeitig hier auch da kann ich durch die Hosen einschissen das ist aber nicht mehr das ist ein Zun das warst du gar nicht m die ist erstmals und vor Ort Alex hat sowieso durch die einer vor allem du stehst du direkt vor der Ampel, da hab ich dich noch nicht gesehen Oh fuck, was ist das? ich weiß nicht, bei mir existiert die Ampel gar nicht mehr du stehst bei mir genau vor der Ampel, da hab ich dich noch nicht gesehen ja du bist ja da keine Ampel mehr ich seh es nicht, ob das Ampel existiert oder nicht mach nix, damit noch mal anlauf das macht der jetzt schon wieder tu mir mal einen Gefall, Jukar stell dich mal gerade vor mich also mit deinem ich will wissen, ob du dann wirklich abhebst so wie ich? ja, dann musst du aber eigentlich das Auto nehmen ich hab was mit oder was? ich hab was mit oder was? ich hab was mit oder was? Alex, warte, ich hol mein Mosler noch oh, Mosler Mosler klingt gut, äh, klingt gut der ist nämlich schön flach ich guck mal, ob ich hier was in den Einstellungen erinnern kann, ob ich die Federung höher stellen kann oder ob ich den ganz klar weicher stellen kann was zu Federn was zu Federn die eine Feder die eine Feder hinten das war keine Absicht mein Gott das war keine Absicht der hat jetzt schon wieder gerammt der hat jetzt schon wieder gerammt alter, da steht jetzt zweimal was ich flieg so über deine Motorhalle drüber ja, was soll ich sagen Alex, du kannst loslegen wenn du eigentlich steht's hast er stellt's gerade ein außer er ist schon frei zu fahren so das Team ist ja ein bisschen langsamer Lecky äh ich glaub Alex ist auch logen Lecky, geh raus kein Problem der Gott, das war für eine Pause mit dir ich hab bloß jetzt mal meinen Arsch hochgemacht um die Frontendrieger ich seh nämlich was ich seh nichts, ich seh nur dich dann guck mal hinten im Recht einer Logen oh, wir werden so ein Problem haben boah ich hab nicht geacht ich hatte nicht mal ne Vibration im Controller was mein Stress? ich hab's voll weg geschätzt ich hatte nicht mal ne Vibration im Controller ich muss meine Einstellung im Moment ich muss meine Einstellung im Moment da bist du nicht fast unter die Web glutscht ich hab immer noch äh Simulationen, ne? nicht schaden echt? ich hab's mal jetzt so gemacht wie du hinten hoch, vorne tief ich hab's mal scheiße aus ach total ey äh warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal Lukas, du musst mich jetzt wieder nach rechts ok ich bin auch hier vor meiner Nase ich bin auch hier vor meiner Nase oh, die Gänge sind doch sch... die Gänge sind krank warte warte, warte, warte warte, warte warte, warte ich stell mich auch noch so hin warte, warte wenn man dazwischen steht alter ich hasse es oh, da kommt was angefahren das ist uncool oh shit, okay geh auf die Seite schslangen ja, oh, oh oh, oh, oh oh, oh wohiii B-schiess, ja, alles! wenn man eine Ganz-Blüde Frage habt ihr alle in Piel doch, ich hab nie, geing Veterans gern scheiße, hätte ich gesagt, stellt ihr mal alles so zu einer Kegelform auf dem Mora alle neun um aber warte mal Wartmann Blackie du hast doch bestimmten Altenmini das nämlich den Fosso ganz zu groß und wenn er die Kürze der ist nicht die Welt wo hast du noch so ein Mensch Ostern und die die hier guter Kieler zu suchen und ich habe die 50 sich 20.000 kostet der kleine Hosen Scheiße ich hab den Friedens aber nicht gebraucht das ist ein Scheunenfund richtig das ist ein Scheunenfund und im Auktionshaus wird die nicht für 20.000 verkauft oder 20.000 Euro für 20 Millionen habe ich auch schon gesehen ganz ehrlich auch heilig die Kräfte der 20 Millionen verkaufen wenn du Prozent Legende wüsst also bremst du auch was ist denn mit dem Scheißkarte Alter das Riesengerät mit dem kleinen Furtstag schauen wir wieder 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 vier fünfzig klein ist gegen das Ding ja ich weiß schon das ist ja das ist ja kein Auto das ist ja die Kräfte das Teil seid ihr alle eigentlich noch auf Standard? sind eure Fahrzeuge noch auf Standard? ne man hat das schon lange nicht ja man hat das glaube ich auch S1 ich bin die Farbe von mir einfach nice warte ich da will ich ein bisschen gescheiter hin ich mach mich vorwärts weil du krieg plötzlich krampf also dieses Scheißkarte die sind die Peel-Gang Alter was ist denn das denn Scheißkarte? ich hab's gerade zwei total ernst ja witzig die Kacke ist so scheiß so und jetzt und jetzt stellt euch hinter mich ich nehm schon Anlauf keine Angst ich stell mich schräg hinter dich das kommt lustig an mhm Alter das schaut so scheiße aus vor allem mit seinem Gesicht ja ja deswegen sage ich vor allem mit seinem Gesicht weiß wenn ich ehrlich bin das ist ein bisschen gruselig ehrlich gesagt warte was wird denn die ganze ach so ich verschwärm uns geh raus aus dem Ding ich glaube der ist auf dem Weg dann bin ich da klar ja alter wackelt das Ding ach du scheiße ich seh schon ach shit ich seh schon den ach ich bin noch in die Map ich bin noch in die Map alter wackelt alter hat sich weggeschlossen ähm sucht mal Lukas ähm Alex Alex ich bin unter der Map ich bin ich ich bin ich sie hast der Name ist ziemlich weit unter Boden auf einmal tiefer klickt wie Sau ähm ja was ist denn da unten der fügt nur mit der fügt nur mit dem Formel ich mach grad ein Foto hey lol ich bin unter der halt unter der Map ja kannst du da wieder rauskommen Moment ich mach noch was vierter Gang meint dritten gar nix äh fünfter Gang sechster Gang scheiße du war in da teuer was ist denn da die Obse he hahaha huiii huiii huiiih ich fahr mit dem vieler am Arsch 30 Rücken jetzt ins Anschlag ja willst du was versuchen zu springen hey ich bin wieder da naja bremsi bremsi hihihi ob du versuchen möchtest zu springen Alex, zieh da rein mit der Wacke, wenn ich Gas gebe, wenn ich halbwegs ab und zieh stimmt, fahren wir an die Rampe und er soll uns dann wegkippen eierrichtet die scheiß Rampe ich glaube ihr habt das gerade falsch verstanden ja ich glaube es auch er meinte er stellt sich jetzt mit seinem Mosler dahin und ich soll drüberfahren wenn es funktioniert genau egal, ich fahre mit dem Kiel hin und setze ins Energie weil Christian hast du über mich drüber geschossen ja und ich bin unter der Erde gelandet ich bin unter die Welt gekitscht ich habe Beweisfurte Alter diese Kacke, ich kann sie nicht fahren Beweisfurte Belegampe wollt ihr machen? du stehst wieder in der Mitte oder Chris? ich stelle mich schön mit warte kurz, ich bin auch am teleportieren ich habe mich gerade verfahren ich habe mich wirklich klar zu Glück fahren welche waren fährst du? die rechte oder die linke auf deiner Seite? aber Moment mal Alex, bleib mal noch nicht Gas geben Chris, ich habe eine bessere Idee stell dich mal hinter diese Marpe dann dann bist du tiefer runter, stell dich runter weiter 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 ja so, dann bist du nämlich tiefer fährt er genau vorantreif boi, halt doch was vor ich glaube der kam schon so ein bisschen eh am besten ist Chris du stellst dich echt vor vor die Matte hin hier also jetzt neben mich jetzt habe ich es gesagt aber du warst noch nicht so weit ich dachte du stammst schon ne ne und komm wir stellen uns dahinter als Stopper als Stopper sozusagen also Handbremse und Bremse gleichzeitig gedrückt halten äh nö ich hab dir deinen Kennzeichen ich hab dir deinen Kennzeichen ich hab dir den Schaden auch stimuliert an wieso ne ne was machst du? nicht zu weit willst du rückwärts? halt und jetzt als Stopper so ich hab dir einen Bremse an ich gebe Gas und zwar beides wenn ich Gas geben was machst du? ich schieb immer zu weit vor ich schieb immer zu weit vor es rollt was Großes an ok so bleiben bitte stehen dann Bremse auf die Normalbremse hilft von diesem Scheiß kaum nichts ich überlege ich überlege jetzt nur ich überlege jetzt nur ob ich ihn entgegen fahre und dann kurz vor die Blindse ziehe ne ne Angst, 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 Angst jetzt kommt doch Alter, 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 Alter oah, fuck schade ich schieb dich einfach weg ich bin bloß daneben weil er wieder in die Welt das ist der Wind hier ich rann dich mit einem kleinen Scheißer dieser Scheiß gerade rutscht mir zu viel jetzt pass auf jetzt mach mal was anderes ich hole jetzt auch meinen LKW ich muss mich wieder hinstellen stimm ich wieder hin ich weiß nicht, ich stelle mich mit dem Heck ich stelle mich nämlich mit dem Heck so an seinen Hintern von seinem Auto vielleicht als Stopper Alter was machst du? mein Getriebe suchen das glaub ich findest du nicht mehr das ist ein Getriebe das ist ein Getriebe das ist ein Getriebe weiter Mann und jetzt gegen Alex Alex ich war beim Fili stehen Alex wir haben dich vorbereitet ich bin ich bin da raus das Ding ist das ist richtig übel ich glaube einer einer Lons aber warte mal einer von uns drei fliegt in der Geburt ich schätze mal entweder ich oder Blacky Blacky schau mal, dass du mit den Vorderreifen unten bist und hast du eine bessere ja genau toll ich häng an der scheiß Kiste fest so jetzt stell dich da vor Luca die für Achs so jetzt einfach war steht doch ja ich ahne schon Böses, irgendeiner oder alle landen unter der Web Minimum entweder ich oder Blackheaven unter der Web landen Ich hätte es sehr als weniger lassen äh Schweres Transporter im Anflug also Handbremse auch normal Alex andere Spurs ein doch es ist das Leben so 8 8 4 ich stehe immer noch am gleichen Ort Leute ja die Wortmeldung gekostet komischerweise ja der Wortmeldung aus dem aber du hast nicht gewandt der Schottenswürmerin hat er wieder bewegt jetzt ist es zu müssen durch ja der ist durch ich bin ja nicht im Fotomodus ich fahre gerade durch die Gegend ich stehe gerade vor deiner Nase sie scham sich sogar gerade Alex mach es jetzt beide meiner ist zwar nicht so stark wie deiner wir fahren beide auf die zu ich glaube zwei LKÖs sind stärker wie andere ja fahr mal ein bisschen nach hinten Blackheaven ist die zu weit oder was sagst du Alex? nix nix und der Brot dazu ich habe gerade den Controller gewechselt aber auch nein ich muss quasi nur noch auf mich zu fahren dann bist du perfekt aber da musst du mich teilweise ein bisschen anschieben aber da musst du mich teilweise ein bisschen anschieben ich meine das ist nicht so stark wie deiner hol dir das ein bisschen voraus ja das wäre nett da musst du mich teilweise ein bisschen anschieben ja geht doch wieso kann man mit dem Team so viel Scheiße bauen das ist eine höchste Schwierigkeit bei dir Alex 330 ja das ist scheiße was ist das bei dir? 250 warte mal ich stell mal kurz ein ich stell mal kurz ein bei mir im Bildschirm lebt mir noch eine Ampel eine Ampel 30 ich hab mal ein paar Forster-Streams klein vielleicht finde ich da was 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 vielleicht mit Kopf zu tun hat oder sowas na das ist Blacky ja mit dem Spoiler war gewundert dass er konnte schon was geht ja ich musste runter ich hätte glücklich das ist die Ecke wie ich kann das ist mal hinter mich ich bin auf jeden Fall auf dem Weg ich vor grad Halbgast ganz das so das 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 Und tschüss! Ich dreh mich immer noch! Ja warte mal, ich fahr mal kurz in die Burg. Ich tu den scheiß Spalter runter. Kann doch nicht sein, ey. Hey wartet mal Leute! Was? Hast du was für ne Idee Alex? Ich hab ne Idee, ja. Ich schau grad wo der Fleck ist. Fleck? Ja ja, wo dieses Ding ist. Ja da fahren wir dann hin. Was ist denn Ding? Da stellt ihr euch dann mit dem Peel oder so hin und dann kick ich euch da über die Klippe runter. Was für ein Ding? Ich mach schnell den Spoiler weg bei dem Kran. Hier. Ist nur jetzt grad dafür um da hin zu fahren, weil... Ich fahr nicht mit dem Peel so, ich fahr keine 50km mit dem Peel. 400m rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Was knallt denn da draußen? Ach halt, das ist ein Feuerwerk von der Dude. Mhm. Wollten sie das nicht absagen? Ne. Die haben dir irgendwas gesacktiger Naturschutz und bla bla bla. Wollten sie das Feuerwerk absagen und da hinten halt so komische verspulte Laserschauen machen? In 100 Metern scharf links abbiegen. Keine Ahnung. Ja. 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 Die feiern, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Vorerst. Rechts abbiegen. Aufbiegen. Das ist 14km. Dein Ernst. Jetzt denkst du bitte, warum ich gerade meinen Geländewagen eine ausgehört habe? Ich fahr die offizielle Strasse, macht mir Spass, kann aber immer mit dem Scheiß kann er mal einfahren. Und der Witz ist, man ist ja nicht so schnell wie deins. Ja, verwiegt man ja auch 20 Tonnen mehr wie deiner. Ich fahr auch nicht mehr mit dem, wo du gerade den Kopf hast. Ich fahr gerade mit dem beim Nissan, der auf Gelände getrimmt ist. Ich versuch's gerade irgendwie gebacken zu bekommen, die hinterher zu kommen. Aber funktioniert nicht, weil mich der Verkehr aufgehalten hat. Alter! Was ist? Also Kuppel mit 250, mit dem ist, äh, Selbstbord. Ja. Nimm jetzt heute Auffahrt, mit dem Geländewagen. Das hat mich drauf geben. Das ist der Ehroger, der ihr Kuppel mit dem Tieren erinnert. Ich bin riesig auf der Aussage. Man muss mich auch kennenlernen, wie es geht, was ich einen Tierenl �ay für mich habe. und hier drücken muss ich nicht. Die Gegend Acho aus. Das ist diemente O-Systeme. Und hier ist der Rhein-Pirche, der muss die Einwanderung einem Kuppel angeht, in den Punkten vor dem Straßenbeweg also nur mal ein das ist ein um was ich muss tun nicht mehr Prozent gegen haben wir mir auch schon gemacht, wir schauten auf Simulation und uns haben umgecruised achso, ja, das können wir eigentlich machen so 4. so, welchen Berg meinst du? oh, das ist doch aber nicht auf die Schanze, doch doch, auf das Gefahrenschild ja, mit dem hey, 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 au was zur Verfügung das ist gut, sowohl, die wir ab ja, danke der stelle ich wollte und dem ist es nicht vor mir stellen alle mit vielen und nicht so durch die Gegend alle mit dem Ziel ja ich krieg mich gleich in der Herkunft mit dem alle mit dem Peel ja ok, komm mit dem Peel Peel, 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 Peel warum ist der Peel bei mir ganz hinten? weil es alphabetisch geordnet ist ich weigere mich, ich nehme kein Peel warum ist der Peel fast hinten? und wer schubst mich einer an? ja ich ich nehme kein Peel, da weigere ich nicht ja, außer dich aber meinte hier, Lukas oder so hallo, Remsen ähm, tröd, tröd stell dich hinter mich stell dich hinter mich der Wagen hat bei mir leider eine ziemlich starke Beschleunigung und tschüss wie du gerade merkst ey, ich wüsste es kurz Mann, diese Karre sachte ja, stell dich einfach egal ich bleib, ich bleib jetzt aber stehen ich bleib jetzt aber stehen so Alex, du kannst ich bleib jetzt mit dir L.A. ja, L.A. Landshut ja, L.A. Landshut hallo nein, ich nicht ich hab's mit 200 mit 216 Metern Alex, du bist gar nicht getroffen Wir müssen schon ein bisschen näher zusammenstellen, dass ich alle treffe. Warte, warte, ich habe eine andere Gedeckung. Ich bin Glecki. Ach, was machst du denn? Hoffen, dass meine Karin nicht so gut wäre. Dann geh in die Wirkung und baue alles aus. Ich muss nicht mal in die Werkstatt, weil das ist einfach... Tune in, was ich würde geladen habe. Da muss ich einfach auf Auto-Tune gehen und einfach selber was entscheiden und dann ist er wieder auf Scheiße. Was will die jetzt rein? Stimmt, das könnte ich auch machen. Alter, Alex, das könnte ich auch machen, bis ich es geschafft habe. Alter, diese Kacke. Äh, äh, äh. So. Wir sind einfach schräg hingestellt. Äh, Christ, du bist bei mir haben die durchgeghostet. Warte. Nein, bin ich nicht. So, jetzt. Passt. Ja. Alex, Freifahrt. Freiband mit Marzipan. Ich hasse den Marzipan, wenn ich ehrlich bin, ich mag das Zeug gar nicht. Schwie groß. Ich liebe ihn. Marzipan ist geil. Alles, was am besten ist, Christoph. Dass wir jetzt alle gleich in ihre Hose geschissen haben, weil der Alex... Ach, der Scheiße. Ui. Scheitert. Ich hab den Fasconer bekommen. 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 Der Fasconer. Mit dem Pi. Oh, scheiße. Ich hab vergessen, dass der Wange scheiße ist. Äh, äh, äh. Äh, äh. Reiter zurückflühen. Söber nicht mehr davon aufbrechen. Warum darf ich die ganze Stahme wieder zurückfliegen? Nein, das sind 다 die ganze die auch hier das wollte ich nicht mehr ich bin schon ein bleibt doch ich ich komme da nicht hoch Mann ich werde immer noch die werden beobachtet vom Samt King King Dingsdor King Dingeling Ich stehe jetzt perfekt bei nächster Gelegenheit da ist da viel pulsieren äh 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 direkt das geilste LKW hält da nicht mal ne Wand auf pfff äh die seid geghostet bei mir und zwar beide nein nein wow die seid geghostet die scheiß Ghoster Hör dann Klingst oh mein Kontroller hat mich jetzt aber ich bin weggeflogen Herr Buben atmen atmen Alter ich will nicht dabei den Berg untergröntchen nein Hör Gott ich bin mal kurz auf ich bin mal kurz aufm Klo wie macht das ich gerne rauchen die Stärke deine Lunge los verpissen ich brauch süßes es mit Gott in fliegel ja ein bisschen klar mit Ich weiß nicht, wie gut der LKW ist. Ich weiß, ich habe nicht die stärksten LKW, aber ich habe LKW. Der auch nicht wirklich schnell ist. Dann ist das ja falsch. So, da ist er wieder. Ich habe gerade Nachricht bekommen vom Niko. Niko hat mir gerade geschrieben, Bock auf CVR. Das ist nochmal was? Mir fällt es gerade nicht rein. Kops vs. Racer. Warum CVR? Also CVR, klar. Jakobs da? Mhm. Schreiben gerade, dass wir Bock haben. Manchmal? Das wir zu viert sind. Das Bock wäre da, aber wir sind aber nur zu wenig Leute. Ja, vielleicht hat er noch ein paar Leute. Das weiß ich nicht. Ich bin sehr kommuniziert wie ein bisschen größer. Was meine? Ich bin weitergeflogen als ihr einfach. Lecky? Wo ist er? Der so leise? Äh, das brauchen wir auch. Das ist auch, okay. Das ist eine Lüge zerstört. Das ist so. Weiß, nein, es ist leider nix. es ist gut ist wie ich ein ist es nicht mehr gibt die Gäufe das Publisher mit dem Wagen hier der Schildspreis die Tülle und das sieht aus wie ein Polizeiauto außer dass ein Motor ausschaut ich ne darf eigentlich maximalen Kopf oder allen wo ich zu sein ja da hat jeder so seine eigene Auslegung und Regeln Alter Alter was zum Fick m m m m m hat jemand Beitrag in Facebook kommentiert ich finde ich weiß ich möchte kurz mal raus Schokolade ich dachte du magst kein weißes Schokolade ich weiß nicht ich stehe ich stehe auf Versuch gibt nichts geileres geileres Schokolade aber sagt das Zeug nicht ich bin 30 Jahre später ja es ist Freitag was lavas du Handy ich probier mal was aus das interessiert mich jetzt Leiners ich dachte heute ist Mittwoch mich hat gerade Nico angeschrieben ein anderer Streamer ob wir Bock auf CVR haben ja wir sind vier Leute ich hab dich nicht getroffen ich bin dabei kein Mann doch was ist wichtig nein so nicht ich bin auch unter 6,10 Meter wow Oh Ui, Musche! Irgendwie kommt jetzt da keine Antwort mehr zurück von ihm. Wiiiiiii! Ich hab auf einmal fast 300 Meter geschafft! So, ja! Gut, gut, wir können dabei noch ein bisschen rum. Ja, bis die Antwort von ihm kommt. Ach so! Wiiiiiii! 313 Meter! Ich weiss noch kurz, Karin. Ich bin nicht gesagt, dass er es braucht. Gut, gut, gut. Nein, das ist nicht von mir. Leiden. Alex, kannst du dich nicht von mir laden? Nein. Ja, vielleicht. Doch, eigentlich schon. Weil ich könnte ja auch sein Geld fahren, wenn du weg wirst. Auf, fahren. Und laden. Na ja, ja! Ich rufe nicht. Mach das nicht! Ich rufe nicht. Ach ja, ich rufe nicht. Ja, ich rufe auch nicht. Ich rufe nicht. Kannst du den Wunsch auf? Was das geht? Was hat das gekrat? Ich rufe nie. Mal kurz, das hoffe ich rechte. Es geht nichts versagt. Es gehtnach. Geht so ein bisschen rum. Es geht nicht. Ich rufe nicht. aber flott äh, meinst du jetzt wie ich? ja, dich, du stehst voll im Gerst drin haha haha das stelle ich mich einfach anders dahin ich hätte schon gesagt, ich stehe jetzt bei der Karge ja, das sowieso das das sowieso ja, das ist okay ja, wir fahren jetzt eh erst mal rum und schauen, ob er mit dem Nico noch mal schreibt du lass uns bloß einruhen, wenn ich es mit dem Gerstchen betrachten aber ich hab wenigstens KVT gerechnet das ist ginge oder? oder? nicht. Oder? 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 Fokter und das geht ja meiner meine ist voll auf Performance ausgelegt also Strichbeschleunigung und Händen wie Sau Schiff fokter 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 Ich weiß nicht, ob ich das Auto ein bisschen tiefer legen könnte. Wieso? Da passt doch der Viewing. Sorry, dass ich das sage, weil ich war ja nicht im Spiel, sondern auch im Re-Life, ja. Sorry, wenn es dich verdrückt. Nö, wieso? Björk ist doch geil. Ich finde das ist eine mega geile Karre. Ich weiß nicht, dass der Wurzel draußen ist. Nö, nö. Sag doch, mein Brach ist jetzt nicht das Auto und du so, ja. Wunderte muss er jetzt für sich so. Der weiß nicht, dass es da war. Der weiß man wirklich nicht mehr. Er hat viele Menschen gekauft. Danke. Das hat ein das. So長. Ich weiß nicht, dass das nicht mehr sortiert wurde. Ich weiß nicht mehr was. Das ja nicht mehr was. er fehlt nur einer ja, ich komme gleich ja, danke, ich bin echt noch getehr aber ich immer dann bin ich zugekehrt ich bin echt super an ich bin echt super an ich bin eben auch im Tun ich bleibe dem nicht weil er schnell genug geht weil er langsam ist ich finde das aus vom Design her auch geil Grüß Kumpel zum Liken, oder? Nein ohne Nein Oh, Skyline Da bin ich noch gar nicht richtig gefahren Da ist noch einer mit dem Buick Mhm Ich hab auch nen Buick aber leider Aber meiner ist bloß tiefer BITCH Ich kriege den jetzt da Wen kriegst du jetzt? Wie kriege ich denn jetzt auf Straßenhaftung? Also nicht zum Rütten, sondern dass du wirklich mal eine Straßenlage hält und alles aus Kurvenlage und alles mögliche Ich hab's auf Maximum nicht 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 weg nicht nicht nein so ein geiles auto wie ist das bei cvr mit oder ohne schadens mit mit okay also wie in echt die simulation muss an incursion und muss wieder kurz an aus wie minimap darf nicht darf die namen und die spiele nicht mehr anzeigen muss alles ausgeschalten werden wie mache ich das ein filter auf alle muss ich gerade auch bis zu füllen dann versucht als so dass es so was hier verstecken oder sowas genau die racer verstecken sich ja was willst du es tun mit dem jahr hier weil ich glaube die ihr häusern haben nein keiner platz an wieder die cops noch die racer die häuser auch nicht ja doch die häuser schon ja ich habe einheiten nicht dafür gedacht ich glaube ich habe das wichtig ist ich finde die geil ich meine ich habe sie ja gut ist geil ganz gut alles erst auf dafür schuldig mit den Echt auch es überlegt zweiter komm los von dem größten von einem Autos und nicht nur was geht und eigentlich also vorweg und reifen man hat es gespielt und auf ordentlich auch zwar nämlich gibt es auch die dritte doch genau schüttelte gegenseitig wirkt weil er ganz deutlich zu schütteln so vollkommen ausschätzt das ist das ist auch das ist ein gewaltes erstes worden als das ist eigentlich für die Klasse bei mir Prozent meiner ist S1 803 wird es nicht mehr unterwegs sein weil ich bin aber vor vor dem Schnell der Betriebscheidung Schnellbeck ist die nicht so prallendet sich auf Geländer aus der Brüste Städte Städte zu beschenken also die Kursicht zu empfehlen wenn sie nicht so teuer der Städte Orte Co Was kostet die? Warte kurz Also im 2,1 Millionen 2,1 Millionen Gut, kann ich mit dir leisten Hat er denn schon geschrieben in CVR? Nee, hat noch nicht zurückgeschrieben Bis jetzt Und auf Facebook hat auch noch keiner geschrieben Bis auf einer, aber der hat geschrieben, dass er selber mitlesen will, ob was zusammen geht Ich habe gemerkt, dass sie immer alle Sozusagen der Kurschef Das sagt quasi eigentlich, dass die Schöpfung der Gruppe getrennt ist Und das ist nicht gut Nee, die Gruppe, ich da muss mit Randy Und noch jemanden auf der 360 bevor zu viel gegründet Aber Randy spielt zwar auch noch Forza Allerdings in einer anderen Gruppe mittlerweile Aber Chris Ja 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 Schaden Simulation Nein, da wollte ich doch gar nicht Ich wollte gerade sagen Wenn du jetzt die Telemetrie Wenn du einschaltest Wenn du jetzt alle zusammenreden dann schick ich alles, wunderbar Du musst auf Telemetrie gehen Das musst du allerdings umschalten und zwar unter Einstellungen Ja Äh Warte, ich schau grad wo das war Ah, genau Äh Wo war noch das? Was tust du? Steuerungseinstellung Du musst nämlich Du musst nämlich Anna gegen Ding austauschen Ja Wunderlich Alles klar befliegen Bei Steuerung Bei Steuerung ist das drin Musst du Anna gegen Telemetrie eintauschen Und dann kannst du äh Deinen Schaden, Reifenabnutzung und alles sehen Musst du dann auf die Auf die letzten Ganz nach hinten musst du dann scrollen Da steht dann Schaden Bço BCT B España B B B B E All B B Ich hab dich gar nicht berührt. Bei mir schon. Wieso liegt denn ein Keiß reich nach dem Punkt? Weil du mich berührt hast, du Nase. Ich hab dich nicht berührt. Jo, genau. So kriegst du deinen Schaden, genau. Wir wollen schauen, dass wir ohne Schaden hier durchkommen. Also ich will jetzt mal die Reifen abnützen. Gut, dann hab ich's geübt. Ich will das mit dem Seen anscheinend. Meine Fresse. Ich hab's geschafft, den Driftberg zweimal runterzufahren und hochzufahren. Und dann waren meine Reifen durch. Das kann ich gut vorstellen. Ich hab ja schon 2% Schaden an den Reifen. Ja, ich auch. 2.3. Ich muss dir doch nachhelfen. Ab nur zu 10,1%. 3. 4. 4. 4. 5. 5. für das bisschen oh shit eh ich hab euch verloren Autobahn die erste Ausfahrt runter Achtung ich markier's einfach ich markier einfach die Rechtsplitzer oder sowas was ich brunnen will ich glaube bei Polizei Verfolgung ist glaube ich hier aktiviert nein dorfst du nicht ich weiß das war ein Scherz alter Alter, war mal schrecklich, alter gesagt oh fuck das schafft mich niemals so gut ja, wenn ich einmal an der Stoßstange kippt das klar Alter, Lenkung 2,3 Motor 1,3 Puppo 3,4 Na komm, schneid's drauf ah scheiße ah scheiße gut raus gut raus gut raus Hilfe, ich kann mich nicht weg der Gauss und deinen Weggewinner komm komm jetzt wie weggesackt weil ich fühlte mich lieber Warnesag ich kann mich nicht sagen mein Warn fährt drauf ah wunderschöner Bedürfn also wenns den Motor oder was oder das Gedrübe ganz schnell schrotten willst fahr Vollgas im sechsten Gang und schalt voll runter auf den ersten ja, ich weiss dann ist auf 100% es fliegen die Scheiben einer geschmeiß in die Zeugen wenn ich das mit Zeugen geschmeißen Alex, was passiert, finde ich, dich ganz zu sehr gerne äh woher aus ist immer nicht für extra dann wirst du einfach getötet fährte Gas du Pimpf du Pimpf du Pimpf was ist dein Pimpf genau so kommen wir schon Jahre lang nimmer kehrt, alter alter zu also reifen, ob ich schon 3,2% drunter oh ne meine Seitenteile sind gelb meine Reifen ausstelle meine Bremsen meine Bremsen meine Bremsen meine Bremsen sind die ganze Zeit der Rangstube meine Bremsen 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 sieht man sein, dass die Reifen platzt oder was passiert dann? du hast kein Profil mehr also fährst du dann sozusagen wirklich nur noch auf dein äh wie heißt die äh Felgen Felgen? ne auf auf den Gummi, da wo nichts mehr drauf ist auf Rack Rifen oh ja oh ja mein Bremsen mein Bremsen war einfach die Beste sowieso scheiße ich hab das nicht gewandt oh ich hab einfach nur noch geben auf uiuiuiuiuiui au 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 ja nein nein uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui war 3 TTS jetzt das ist jetzt gar nicht die schluss wurde rechts das ist wichtig es ist nicht gut er hat erlaubt er ist eine Hätigkeit und man wollte was vor ha ha der absolute Tod eines jeden Fahrwerks der Lände das ist wirklich schick Ja Boah Oh, verdammt Kommt nix Ach, gut konzent Und dann ist schon immer flachlässig in den rechten Gang, weil ich bleibe die ganze Zeit lang geblieben. Ich wollte die ganze Zeit schon bezwarten, dass man die iPhone benutzen konnte. Ah, ich hätte das Telefoto-Modell mal zu rechten. Boah, die Lenkung ist bei mir voll. Ich kann doch den gerade ausfahren. Noch. Meine Aufhängung ist noch ein bisschen drauf. Ja, noch, solange du bist, solange du bist, solange du bist nicht dran. Boah! Ich will die ganze Zeit reingefangen, das hat sich drauf zu. Boah! Boah, du bist zu messer und glücklich. Alter. Bei mir schön mit Bremensteinlbrot. Bei mir sind ... ... eine Feder. Bei mir sind ich ein verkleidiges Fleischiger. Klar, ja. Bei mir auch. einzigartig die dritte als 100 Prozent ein brechter GmbH war noch in Ordnung ein voller Bremsen vorgabsten zu gehen Zeit auf der Reise fahren nicht mehr ich habe mir gestürzt nein geil ja ich weiß das ist geil aber auch die ganze Zeit ich kann auch drücken von dem Ding jetzt eh gut ich oh mein Fahrwerk ey voll im Arsch ah wenn reinzufangen meine Fresse aber wir schwerlich nicht so deswegen musst du mir in deine vorne oder was nein du musst einfach nur die Schwierigkeiten aufbauen damit ich mal aufbauen kann das Ding eigentlich gar nicht aufbauen ist weil ich die nur ein Sterne das ist wahrscheinlich auch für mich enden wird mit dem Autorieren du hast dein Ziel erreicht auch echt echt jetzt also jetzt also jetzt ah ne den Kessel fahren ja aber die haben ja hinten links die auf der Umgebung ohne links die ich bin so am Arsch meine Karten sind sicherlich alle auf Gabe meine Karten sind schon alle auf Gabe meine Fäder kommt Gabe meine Fäder kommt Gabe sie ich bin groß eine Fäder die weiß ist okay ist das ich habe nicht auf ein fähig ich bin auf keine Fäder die Sitzböcke Eier Michael Mädels damit du dich nicht so viel beschwernst das ist aus dem Auto sie sind auf geht Ich hab gar nicht mehr Gas, ne? Ich hab gar nicht mehr Gas, ne? Mein Auto lenkt von alleine nach links. Boah! Oh, meine Gang, Alter. Mein Auto lenkt von alleine nach links. Oh! Oh! Wir haben uns auch kein Gegensatz. Äh, also, ich stell mich vorne mal kurz aufm Parkplatz weiter. Jupp, mach das. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht wie ein Geiles. Hör auf, Mann! Oh! So, wie schaut mein Schaden aus? Naja, im Schnitt 45% der Hinterreifen sind im Arsch. Wir sind alle geil bei dem Arsch. Kupplung ist... ...viertel im Arsch. Ich weiß, wie sieht's denn bei der Kupplung? Also, meine Freund ist 100%. Bremsen, 100%. Rechts. Reifen, 24,6. Rechts. Kupplung, 100%. Ah, 0%, nice! Verlenkung! Verlenkung ist bei mir 40,3%. Motorport 32. Kupplung 23,1. Betrieb 1,9. Und Antrieb 2,4. So, ich nehm' jetzt grad die Endtabelle und tue grad die Zahlen da durchlesen. 100, 100, 97, 22, 23, 29, 49, 40, 40, 40, 30, 100, 41, 20, 21, 21, 87, 73, 100. URW auf jeden Fall? Und als nächstes ist da schonviel 50,999. Aufcot-Handy. Und als nächstes habe du den überall gefangenet? Aufhumm Handy. Hab'n du noch nix gekriegt? Müsst' aber nicht reinkommen. Ja. Jetzt weiß ich was ich voru, aber das ist richtig böse. Darugh weiß ich, dass die Reifen gleich durchs mover. Oh, ne, statt, ... Mach'n du an. Hast du dir so arg Sel Protonbmark. Was sind die Reifen richtigяз pergi? Das ist dieser V100 Rift. Oh, ja. War das der? Ja, er ist. Ja, Chris. Lohnt sich. Nachdem er auch im sechsten Gang durchgeht. Ja, der weiße Mann. Ja, ich muss gerade kurz mit dem Tee wenden, weil ich hab's auf Automatik. Bro, du fragst hier, hast du jetzt ein Drift? Ist ja voll die ganzen B-Wähler hier, was ist los jetzt? Oh? Ich ramme nicht, ich ramme nicht, ich ramme nicht, ich ramme nicht. Alter, Schwede, f*** die Henne. Sechster Gang. Alter. Jetzt fahren sie alle hinterher. So, und das war jetzt schon mit 10% Reifen. Nur beim Gas geben. Ja, nochmal, bloß der Nächste bitte. Was, du hast dich gar nicht gerannt? Doch. Das war dich. Ihr wartest beide. Nee, ich bin so, dass er gar nicht war. Oh Gott, mein Banger, kein Schlager, das bekomme ich dich. Oh, ich hab sonst nicht mehr 1%. Oh, das ist das Auto. Das Auto ist voll mit jetzt. Oh, das gibt gar nichts von dem anderen Auto. Da reiten gehen nämlich nicht kaputt. Ich hab nur 2%. Oh, das ist voll, ich schreibe, da reiten, du. Und das? Oh, ich weiß, welches. Ja, wir haben schon 56% Reifenschaden, dein Ernst. alter schwede also 2000 ps ist schon 60 60 prozent ich gebe ja nicht mal richtig gas das ist ja das schlimme 80 bin ich jetzt mittlerweile 85 90 95 reifen sind durch anrufen und aber was stehst du mitten auf der straße rum und auch nicht in der verkehrten richtung Alter, weißt du, was ist denn da drin verrast? Mir ist gar keine Scheiße gleich, mir ist gar keine Scheiße gleich, ich hab was gefeiert, ich hab was gefeiert, ich hab was gefeiert. Wer muss, ich dachte, man soll irgendwo... Ich hab gar was gewonnen! Keiner hat was von oben drin gesagt. Nimm Gott zum Scheiße jetzt! Oh... Alle... Ich hab, ich hab grad was herausge-ge-gekriegt. Ich werde jetzt gleich wieder... Ich hab's gefeiert. Endlich! Also die abgenutzten Reifen jetzt zu gut. Das ist ein Spaß. Oh, shit. Wieso? Setzt am Sechsten. Ja, ich krieg gar keinen Grip mehr. Ich bin der Achse ab. Was? Ich bin der Achse ab. Ich bin der Achse ab. Ich bin der Achse ab. Vorderachse, 30%. Die Vorderachse ist der Liga 50, äh, 70. Hast du den mal auf Rollrad umbaut? Ja. Ja, ich nicht, ja. Ich fahr in Heckler. Ich komm am Berg hoch! Ja, ich schaff's! Ich schaff's! Ich schaff's euch nicht! Wo ist der siebte Gang? Wo ist der siebte Gang? Wo ist der siebte Gang? Wenn man braucht... Oh, shit! Ich schaff's! Was seid ihr? Ich bin völlig wieder weit. Ich schaff's! Ich schaff's! Ich schaff's! Ich schaff's! Ich schaff's! Ich schaff's! das gibt doch ein Millimeter Gas vom Kopf kommen wir nicht vor, ich kriege die Rommelettik 12 bis 15 Mein Rüder sind fast 100% Mann, das ist echt schwierig ich kann nichts machen ich hab kein Grip mehr ich kann weder fahren und gescheit rutschen auf sonstiges mittlerweile ich komme ich bin ganz ich bin so langsam dass ich hier die Kurven mit Vollgas zu kommen hier in der Stadt und mit Vollgas durch jede Kurven jetzt jetzt tue mich sogar ich schwer die Karre zu halten ganz ehrlich ist das nicht positiv? ne das ist schlecht ne das geht ja drum mit abgefahrenem Reifen ist das Lüftung einiges hoppala schwerer als normal oh mein Lenk und ein Motor NEEEEN Komm schon, ich war gequätzt! Komm schon, ich war gequätzt! Komm, ich schaust du! Ich schaust du! Ich hab ein Ablöpungskreis. Definitiv. Ja gut, also ich vorne hab jetzt auch noch 100%, also ich kriege Mühe. Au, 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 au! Au! Ich hab' noch was stoff. Und fehlt's zimulier. Du bist sogar verwirrt, ich bin nicht die Kitzel an. Ja, ich bin nicht die Kitzel an. Ja, ich bin nicht die Kitzel an. Was stimmt denn mit dem Verkehr nicht hier? Die räumen sich da alle gegenseitig weg. Die wollen sich da gegenseitig arbeiten. Die räumen sich da alle gegenseitig weg. So, vorderreifen auch 100% Schaden. Jetzt ist es vorbei, jetzt geht gar nichts mehr. Bei mir auch Schaden fehlt es in einem Moment. Jetzt ist es also zu allem Arsch. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ich komme mit dem Weg. Mann, du hast es gewehrt über die Gewächte. Tut mal an, ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Oh, du bist... Nein! Oh, du bist... Oh, du bist... Oh, du bist... Hoppel. Das ist nicht so oft. Schnellig. Was ist das? Oh, du bist... Oh, du bist... Ich hab die Angst, dass ich keinen Group mehr hab. Fuck der ist häufig alt. Fuck der ist häufig alt. Fuck der. Sorry. Ich bin halt noch nicht, ich kann in die Spiegel nicht veräumt. Ich hab die Angst, dass ich keinen Group mehr hab. Fuck der ist häufig alt. Fuck der ist häufig alt. Wenn alle vier Reifen im Eimer sind, bist du schon echt hart. Also, der Rad geht jetzt. Du hast allrad, ich nicht. Ich hab auch allrad, aber... Das ist schon krass. Motor schaden und mein Auto geht quer. Ob ich da auf uns hin dreif. Ich hab die Füße aus meiner Reifen ab, das sagt nichts dazu, deswegen. Naja, das ist unklapp. Oh, Quatsch. Wenn das Auto komplett total schaden ist, darf das Auto mehr so. Nö. Darfst du bei CVR auch nicht? Was? Nein. Bei CVR, wenn du total schaden hast oder die Kopfstück haben, bist du aus dem Spiel. Und wie lange? Bis die Runde vorbei ist. Okay. Wenn du jetzt entweder vorbei, wenn ein anderer in die Riese befangen wurde, oder? Oder die Zeit abgelaufen ist. Da geb ich... Da geb ich den beiden, die das noch nicht gesehen oder gespielt haben. Einen kleinen Tipp. YouTube, die Pixelhelden. Und dann schaut doch mal. Weil die spielen sehr oft CVR. Man könnte es dann lernen. Ich will auch... Ich will auch CVR spielen. Ja, der andere hat noch nicht zugeschrieben. Ja, im Geschirr sind wir vier Leute und hätten Bock drauf. Aber irgendwie kam der Zugzwer. Ja. Anrufen. Ich weiß, der Flur ist also nicht mehr von dir. Er ist ein Schwimmerkollege von mir. Also mein Auto ist down. Ich kann nichts mehr machen. Meiner ist nicht down, aber ich würde keinen Grund mehr machen. Ich kann noch gewüften. Ich kann noch gewüften. Okay, darf ich nicht mehr. Mann, ist wieder da rein. Geil mit der Pedale auf 100 Prozent. Warte, musst du auf, bis es geschmacht. Das macht aber nicht. Leider. Das wäre, das wäre nur noch geil. Auf dem Film gerade rappeln. Jetzt ist mein Auto 100 Prozent in den Arsch. Ich kann nichts mehr machen. Jetzt saß ich hinten richtig deutsch. Ich stehe. Kann ich bitte jemanden reinfahren? Gut, Chris ist raus. Ich würde mir nichts da... Damit ich mit dem Salzer vorgelegt hätte. Ich würde mir aber nicht die Clip. Ich muss echt hin bevor ich fluchte. Nein, gar nicht, der ist nur auf der Fernseher. Servus! Er hat den Zander ein Stück voll gehabt. Nee, ich bin nicht! Geht nichts mehr. Schau mal schauen was. Oh ja, Lenkung 70%, Motor 60%, Kupplung 60%, Getriebe 24%, Antriebswelle, Arschloch. Wir müssen uns gegenseitig mit Absicht kaputt machen, das war nicht abgemacht. Ich kann nicht mehr vergessen, meine Pferdstelle hinüber. Dann kann man auch ausrechnen. Geht auch nicht mehr. Geht auch nicht mehr. Ich kann gar nichts mehr machen. Ist das dein Schossernst? Nein, der ist nicht mehr. Nein, der ist nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Tschüss! Alter, wie mein Auto spürt gut. Alter. Wo der PP-Benzaison da passt? Hä? Hä? Wie hab ich jetzt so gern mitkommen? Ich habe jetzt die Stamme an der Pferdstelle mitgekommen. Ich hab mich da mal rumgelegt. Ich weiß nicht. Alter. Ich hab ich nicht mehr zu meinem Weiß nicht gehört. Hä? Ich hab ein F-V-Zertons-Dinger abgeschlossen. Wie geht denn das jetzt gut? Was zum Ding? Alter. 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 ich habe noch eine weite Feder alles ist rot bis auf eine scheiß Feder und ein ganzes Heck hinten ist es komplett sauber willst du auch meine Schlosshelfer sehen wie ich wieder springt die Wagenhänden, das ist alles ich könnte zum Beispiel wieder richtig Gas geben ich nicht gut, das kann ich jetzt nicht mehr fast nicht mehr alter wie das springt 50 Lukas, schau mal meine Schlosselfer vorne komm mal her warte, warte, ich bin gut in dir pass auf bleib still ich verlang zum Rippe pass auf oh, verdammt das jetzt gar nicht, Alter ha 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 schweiler oh bleib bitte weiter hinten bleib bitte ne war gespannst du schon wieder über Verhebnis in der ganzen ha warte, klasse zum Beispiel die Fählampanäe sind erst 8 Leute die das waren 22% ich komm nicht mal mehr hoch auf so lange steif ne sämt warte sämt warte nad n warte au warte nicht warte du warte 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 Alter, ich bin dran dabei, in meine Hand zu dritten, hier mal zu beißen, sonst stört sie mich. War da ein starker, wie quick-wärts krank. Ich hab'n Lowrider, sehe ich gerade. Es ist aber schön, dass wir das Auto nicht wechseln. Alter, wir gehen hier. Ich hab'n Lowrider, sehe ich gerade. Der ist Auto nur, okay. Hallo, Strollen. Stimmt, du. In den Beugen. Wann? Da habe ich mir, da hab'n' geblieben, da hab'n geblieben. Meine Fähne haben jetzt auch schon kaputt, dass die da springt. aber nicht 40 und das ist ich habe Warum geht das nicht? Ich glaube, es muss mir jemand an die Seite gerade fahren. Wo ist das? Wie ist das, wenn du an der Stelle drüber fährst? Wie ist das, wenn du an der Stelle drüber fährst? Äh, der Alpha-Chic, der nicht drüber ist. Doch, jetzt! Ich fahre natürlich nicht einfach getötet. Gibt es doch? Da oben? Keine Reparatur. Ist gerade so aus drummacht mit dem Fotomobus. Das ist zu einfach. Nein, ich krieg's. Wenn du das Ding gehst, würde ich mit der Seite anfahren mit der Schnelligkeit. Kommt doch die Frage was für die Schnelligkeit. Hey, man. Mir folgt was. Stell' ich mal unten hin, dann fahr' ich schlecht, lass' ich doch nicht fahren. Wachtest du, wie schnell da noch Gas geben wird? Ganz knapp. Boah, diese Schnelligkeit, Alter, ich seh' sie. Ähhhhh. Hey, ich hab' sogar was genützt! Und dann fehlt's nicht auf 52! Nice Beatles! Fahr' mal mit, ich will dir was zeigen. Wenn ich nicht zu schnell bin. Ja, ich bin zu schnell. Das ist bei mir Vollgas. Warte, pass auf. Warte, 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 warte. Wo ist rechts? Pass auf! Boing! Pass auf! Hör auf, hör auf! Pass auf! Ich kann nichts machen. Oh-oh. Oh-oh! Oh-oh! Boah! Hey, Blanky, fahr' mal an die Seite! Meine Federung ist überlockjant! Ich muss mir in den Vorderen hinkticken. In den Vorderen hinkt! Blödsinn geht's auch. Näääääääääääh! Alter, wie er wackelt! Hör auf! Boah! 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 merkt man nur ein kleines bisschen was ich will Weil du Scheiß aufhängen willst, ob der sechterm Arsch ist. Nö. Ja, ja. Auf jeden Fall merkt man's. Ah, schon 62, schon 52. So, ich hab grad nen Donat gezogen. Alter, wie das hier springt. Komm mal her zu mir. Komm mal her zu mir. Ich weiß. Guck dir das mal an. Pass auf. Boah, oi, alter, alter. Aua, 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 aua. Wo ist eigentlich Alex hin? Im Haus. Oh, der ist Doink, Doink. Boom, boom, boom. Er will uns zwar gut hier nicht mehr sehen. Ich wächst gut aus, du halt irgendwann. Im Haus. Alex, ich hab grad das Gefühl, dein Stream ist abgestürzt. Oh, mein Hinduscheiße. Geil hin, du Scheiße. Bei mir läuft das drüber. Ich selber dir. Also, ich selber dir mein Auto. Das ist so nicht. Fahrbar. Ich bin besser. Ja, das hat sich gerade nämlich gesagt. Fick dich. Mein Handy. Oh, mein Foto-Modus wird aber nur der Schaden entfernt. Also, Optiker. Optik-Schaden. Ich weiß, da gab's einfach. Ich darf nur meinen Wagen ändern. Schaut das aus, ey. Bats, bats, bats. Ein richtig schneller Kabel. Was aber auch nicht zu schnell ist. Oh, mit der Resetter. Den was? Mit der Resetter. Ich fahre mit dem Mr. Skylar. Ich fahre mit dem Mr. Skylar. Und der ist hochgestellte Weise, dass er ziemlich wackelt. Wenn er wie viel dahin über ist. Boah. Ich finde das so geil hier drüber. Ich finde das so geil. Wenn ich das drüber schaue. Boing. 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 Du kannst auf einen Klick, dann springt das zu. Was destroy offense denn hab ich nochmal verwirrt. Whooa. Alter. Ne, ich muss, ich muss... Autor richten aber richtig, weil... Das ist nicht normal ey. Huiii! B ит... Gucken, dass ich das sie kriegen kann. Du kannst es umgebr튼 aber zu ñ ja bis ich dort ankomme ich kann ja ich kann dich ausschieben ich hab nämlich ein halbwegs ganzes oder so wieder nach ich schau mal dort hin das war ein vordergrund gerade gräßt ist gar nicht du scheiß verkehr du kommst nicht schon im ziel angelangt ja genau mit den autos nein nein ich bin gegen dieses Ding gefahren du wirst es gar nicht mehr funktionieren müssen wäre natürlich das lieber ich schaue auf links mit dieser Auflenkung wenn ich links fahre und das Ding hebt ab vorne und kann ich nicht verlenken komm 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 wie schaust du wie schaust du ich fahre neins die Kamera ab der Verkürzung der Welt die Portfolio und sie kamen 20 aber es war der und aus Sturz ich war 60 80 und dann wagen Sie lieber. Eizer. Eizer. Der fährt erst an und ist schon am 10. Komm schon, falls. Schluss. Mein Wagen ist gerade beim Berg. Mein Wagen ist gerade beim Berg abgewürgt. Ach, da bist du. Blutarchie erscheint Was ist das? Ich- Ich- Ich werde dieieldrasse durch. Uhhh, ich Nolan, es gibt so jungs ja Was? Chris, gehen Sie schon wieder ein hier? Ja, ja. Buss! Okay, das war nicht so toll. Ich habe mir das Gefühl, dass er einfach nur gesagt hat, um uns aufmerksam zu bekommen, weil er hat bis jetzt, glaube ich, immer noch nichts zurückgeschrieben, oder? Nee, hat er noch nicht. Und in Facebook auch nicht. Schade. Da ist der Chris. Da ist der Ander. Wo ist der... Wo ist der Blecki? Ich bin gerade der Mo mit 20. Mal am Rundbuch. Ich bin gerade dabei, die zu fahren, sogar. Ich fahre Richtung Chris. Ich muss mal ein bestimmten Kurve, der sagt, gar nicht lenken so hart, und zieht der gerade nach rechts. Ich kann nicht mehr die Zäune kaputt machen. Ich bin gerade zur Weg vor, so eine Einzigkeit darf, kann nichts kaputt machen. Nichts tollenmäßiges. Ich komme! Ich bin da! Ich bin da vor Ort! Ich bin hierная raus! doe..., das ist's halt drumherum, das ist's! Systems! Ich bin da nicht immer noch! Etwas fand ich zungibernd... Ich bin da. ich hab sie gesehen, aber äh, bei mir bist du aber noch nicht warte ich fahr' erst an! ja, du bist doch klar schon, Alex passt ja, mach mir auch gut, dass man es mir nix im Stream die Original vorbesiegt jo ok, bei mir ist es eine schöne Gunther macht ich sag' so mal tschüss, ne also ich fahr' schon mal an V12 ich fahr' immer noch ran au man tippert euch die Schallassimilation oder nicht? jaja wow, Zug alter ich hab' dich gesehen, dass du grad' raus kannst ja ui also wenn der nicht zurückschreibt jetzt, dann stell' ich den Schaden wieder um und dann drifft man ne Runde mhm idee ja ja das tippert so du vielleicht du es ist mal mor ohne es ist So. Danke! Ich glaube ein Schaden ist. Ich glaube ein Schaden ist. Okay. Ich glaube sie fahren mit dem Schaden zum Driften oder was? Was war das? Er hat sich nicht gemeldet. Er hat sich nicht gemeldet. Ich schätze mal er hat gemeint dass ich mit ihm spiele und nicht mit meinen Leuten. Er hat mich gefragt ob ich Bock auf den CVR heute schon. Ja. Es sind viele Leute. Darauf kam dann nichts mehr. Ja frag ihn doch noch mal vielleicht. Wartschens war er darauf aus dass er mich mitnimmt. Ich gehe mal kurz nach oben. Fragen kostet ja nichts. Fragen kostet ja nichts. Warte da stellt endlich die Simulation an. Ja du hast du es ja erst gesagt dass du es nicht wärst. Ja. Ich habe es ausgeschlossen jetzt. Facebook geht auch nichts zusammen. Ja nichts zusammen. Ja. Die Kau ist eigentlich auf Grip getrunnt. Ja, aber es ist bei mir, ich fahre hier im Geländenwagen. Es ist immer noch ein Geländenwagen! Ich rüfte Engerlack! Ich rüfte es doch in diesem Wagen. Aber bravst du nicht? Einfach so. Ich hab keine Situation raus, ne? Ja, ich auch. Aber nur weil ich ausgeblieben wollte, dass ich mich bedürfen kann. Ja, ich hatte recht, Chris. Was? Er meinte, ich bin alleine. Ja und, wir könnten auch nicht wagen. Ja, die waren schon zwölf. Also elf. Wir wären schon zwölf gewesen. Ich bin alleine, jetzt. So. 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 was du sagst gut so lange wir warten auf ihn dann teilt die optimierte manche wissen was im Beitrag den Konzern nur schlechter machen so dass sie dort ich habe gesagt dass ich etwas Tuning mäßiges anders mache wenn du ihn optimierst dann machst du ihn nur schlechter optimal ist Tuning also Chris ich hatte recht er dachte ich wäre alleine wenn ich schon elf Leute waren ich werde oder zwölfte gewesen oder verpiss ich mit deiner Rennsemmel da ich saug dich durch den Luftfilter alter mein Kompressor ist größer aus der ganze Auto also Schaden ist bei mir aus das sind das die einzigen die CVR machen es gibt doch bestimmt noch mehr die das machen ja ich habe es ja in facebook reingeschrieben dass wir mit vielen Leuten sind und einen Anschluss suchen ob irgendwo was geht ob Turing treffen oder CVR Wann hat kommentiert ja er macht mitlese kommentar ob wenn was zusammen geht aber zum zack da kann er drauf tun was jetzt hm warte mal in welcher Gruppe hast du geschrieben? Turing zu dem Furt wo das weil ich doch nicht drin bin ach das ist ein Moment Also der Mustang ist echt böse he, für das dass der auf Grip getrimmt ist, geht der gut quer. In Ernst? Ja. Nein, ich tu scheiß Transit hier. Ja Blacky hast du so ne Gruppe in wo du reinschreiben kannst? Einen Augenblick, bleibt gepostet. Das wär mega, ich würd das CVR schon gern mal mitmachen. Hörsch, das wird dann auch noch für mich, dann auch noch das erste CVR. Ja, für mich auch. Und ich hab's auf Horizon 3 aufgespült. Wie is'n des, ähm, müssen die Polizisten dann auch auf Schaden fahren? Ja. Ist sicher? Gleichberechtigung? Ja, also Gleichberechtigung. Okay. Das war nur ne Frage. Ich teleportiere nicht mehr, steht zu euch. Also geht's. Ah Alex ich wollte dich auch noch was fragen ähh Lukas mit Zeiss ich hab gemerkt dass es gar nicht diese Nachrichten kriegs dass irgendjemand online ist ja wo man das endlich ausschalten kann kann man wie wie ich krieg nur Benachrichtigungen zum Beispiel wenn ähh Favoriten online gehen den Rest hab ich irgendwie deaktiviert Jo hab ich auch Ah Facebook hat sich gemeldet und der Bohnekriss hat sich da war der einen Scherz erlaubt Nein Scherz erlaub ich mir nicht Ey ich geb die Kreise endlich hin Okay ich machs jetzt grad wieder Beifahr Ich glaub ich hoffe der Beifahr in den Kreis zu ziehen Ich sogar merke Ja nicht perfekt aber ich krieg's hin Ich bin jetzt gegen ein schwarzes Auto geflogen das wurde weiß Was Haben sie da jetzt noch nicht mehr gefickst oder was Und scheinlich nö Ah, ich weiß, was ich jetzt so schnell mache. Kreise ziehen. Nö. Ich meine, diese sind die Donuts, meine ich. Blecky, du sagst nichts, ist was falsch gelaufen? Wieso falsch gelaufen? Wenn du nichts sagst. Ich warte. Auf Antwort. Auf Antwort, ja. Such a lonely day. In its mind. Wie sieht der Skyland, äh, der, äh, Moment. R-X-7 aus. R-X-7 aus. Das ist voll insane. Insane, das wird jetzt überhaupt noch heutzutage genutzt. Bleib lieber beim Runden. Bleib lieber beim Runden. Sehr gegenseitig, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Sehr gut. Sehr gut. Das Bodykit mit der anderen Front hat, ähm, der, äh, schwarz-weiße von mir drauf. Schwarz-weiße. Schwarz-weiße. Ich zeig schon mal. zum einstellen ups ich finde die Seite für mein Baby einfach witzig um was los jetzt ist Wochenende und keine Sau macht irgendwas Saufen alter Party und zuvier tut CVR scheiße da kannst du nämlich die ganze Ding nicht ausnutzen dann müsstest du eine Minimap machen und das ist auch für den Arsch mhm ja da kann ein MPC Auto ganz schlechtes Internet ja vielleicht streamt du ja was Handy weißt du nicht hoppala ich könnte mal schauen wer überhaupt streamt als als ein Vater wie das überhaupt tut Entschuldigung Alles gut Es ist überall Forza, was kommt da von mir mittendrin? Fortnite Spielen wir doch Fortnite, Leute, ha? Was? Ne, vergeht es aber Der vergeht wie die Pugel Ist aber auf der Konsole auch nicht grad der Brille War das PUBG? Ja Aber auf dem Handy Ja Okay, die Server haben Probleme Wieso? Weißt du das? Weil ich grad was gucken wollte Wegen des Designs Und da lebt man die Designs nicht Okay Oh Für die Fahrgheide, die ich gefunden habe Dennis Paul Kann ich nicht Ich glaube Ich bin zur Praxis Ich bin zur Praxis Ich bin zur Praxis Für die Farbegeide die ich gefunden habe Für die Farbegeide, die ich gefunden habe Und von mir aus gäbe auch Drifter, von mir ist es Schnippel. Wenn nix anderes geht. Was man bezweifeln mag heute, keine Ahnung warum. Bitte was? Was bezweifelst du? Dass irgendjemand schreibt, wie geht's hier vorher. Ich glaub ich hab mal gehört, dass im Fortnite auch ein Scheiß-Update rauskam. Los Leute, alle Fortnite runter. Wir müssen das neue Update ausprobieren. Ganz beim Arschleck mit dem Fortnite, hey. Das könnte vielleicht der Grund sein, warum keiner online ist. Du weißt nicht. Glaub ich nicht. Ich glaub, die Idee wäre schon gesagt, dass das möglich ist. Was ist das? 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 Ich hab was. Was? Ich was. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist mit dem Nüsten aus. Basten und Winkel, du. Das ist mit dem Nüsten. Hmm... Ah, Alex. Ah, Lukas. Weiß ich mal ausprobieren. Einfach mal Dark Souls zu spielen, weiß ich. Kannst du mal versuchen blind zu spielen? Krass. Loxhold. Ey, ich hab schon gespielt, mein Versuchter und hab verkauft. Aber war ein Versuchswerk. Aber jetzt hab ich ja nicht einfach nur anschaut, wie er es geschafft hat. Eine Stunde hat er gebraucht. Für den dritten. Plus die EC hat er so eine Stunde gebraucht. Plus Minus, weiß ich nicht so genau. Nicht die Formelantwift hab ich auch noch nicht ausprobiert. designier ist eine Sage von Stecklangen. Teil von Stecklangen. Ego vor Schилиz der eigentliche pizza zu nehmen! Wie lebst im Look im owns потом? Die Milvene Base. Sieh es, wenn mir echt so schlimm aus ist, dass du so schnell wegfahren müsst. Was? Da fragst du mir. Wenn mir echt so schlimm aus ist, dass du so schnell wegfahren müsst. Also ich bin konstant bei 100. Aber das im Kreisverkehr, das wird mittlerweile nicht. Für mich ist es gut, da will ich ja nicht mal auf der Straße planen. Okay, das ist ein Kreis, wenn ich so in einer Richtung denke. Aber trotzdem. Und schon und bekriegt? Einen Augenblick. Ne. Das gibt es doch nicht, oder? Ja. Ja. Ja, dann können wir uns jetzt aussuchen. Ich melde uns jetzt an, oder? Mach da noch einen Vorschlag. Ja. Ja. Ganz dumm finden. Ich muss wissen, auf welchem Rennen du bist. Ich muss schauen, wo die Rennen überhaupt sind. Geht viel einfacher. Geht viel einfacher. Du gehst auf einen Creative Hub. Geht auf ein Lautpausenveranstaltungen. Und dann nutze ich die Suchfunktion und gibst einfach mal meinen Namen ein. Fehler bei der Kommunikation mit dem Surfer, bitte versuchen sie später noch einmal. What the f... Verdammte Axt, okay. Ich habe keinen von Chris, noch einmal von Chris. Von dem, der am Dirk will ich den Namen nicht kennen. Von Alex, noch ein... ... noch mal von Chris. Von Rane, noch Rane, von Rane... Von ihm nicht, von ihm nicht... Meidori! Ich werde mal von Alex... Deswegen ist das Spiel so abgehakt. Ich sehe gerade, dass ich es selbst nicht finde. Das ist auch gut. Schade. Egal. Dann starte die Suche für den Swimps. Seid euch das sicher? Ich habe nicht so viel Geld bekommen. Wow, 5000. Ich habe nicht so viel Geld bekommen. Du Hecker, du bist durchgefahren! Hecker! Der Hecker! Der Hecker! Der Hecker! Der Hecker! Der Hecker! Ich bin hier schon warm gefahren mit denen. Ich nehme den BMW. Ich nehme den BMW. Dann Villers... Warte, da muss ich dann bekommen, zu können, wir Level 20. zu werden im Drift. Ja. Ja. Wohh. Voll Arsch. Leck jetzt wieder richtig eilig. Danke! Kuntos! Ich bin jetzt, wenn wir jetzt die Arschlösch kriegen wollen, bin dann schrei Scheiße. Heilige Scheiße. Heilige tödliche Scheiße. Heilige tödliche Scheiße. Fail. Wieso Fail? Der Dauerküffer. Dass es kein anderer da ist. Vor allem bei mir stehen ja noch genug Leute. Ja. Der Dauerküffer zum Beispiel. Dann war's der Dauerküffer. Der Dauerküffer heißt ja einer. Bist du dumm. Bist du dumm. Rett hinter dir. Ja. Nicht ich, sondern ich Schalka. Ich hab keine schon gern vor dabei. Schau einfach auf die Scheißkarte. Schalka. Power from Hell. Bist du da Dauerküffer bitte. Wenn du Starttricks auf Spielerliste. Genau. Da ist aber keiner. Der heißt so. Da heißt einer. Level 9. Ganz unten. Pristich 1 Level 9. Pristich 1. Der fährt genau im gleichen wie ich. Der ist gerade im Rennen drin. Also im Rennen. Spielerliste. Ja sag's doch gleich. Hab ich doch gerade. Oh Kiesner. Ja frag doch mal den ob der Rüst hat auf CVR. Da sind wir 5. Da brauchen wir Zweifel. Ja vielleicht kennt er noch Leute. Überleg doch mal. Ey Dürftigen kann man so viele wie Fähigkeitspunkte bekommen. Das ist schon unnormal. Wir sind da auf der Autobahn. Ich. Ich bin auf der Autobahn. Bisschen Zeitvertreiben. Wir müssen den vierten Gang driften. Ich werde verfolgt von zwei Leuten. Er ist eigentlich hinter mir gerade. Du bist ein paar. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. ja der dmw ist gar nicht mehr so schwer zu driften wenn ich ehrlich bin sie führte führte bums so auf dem dritten kommt er nicht gut die dritte führte bums größte Autos was ist los? dein auto ist lila das ist aber das L.A. Drift-Ding drauf ne? ja ja, dein Auto ist trotzdem lila bei mir ja dann spacken die selber aber richtig oh ja wow wow das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum ihr den BMW blau sieht was ist denn hier, hallo hoppa zu ihr Nasen habt ihr einen Führerschein gemacht in der Ötchekei gewonnen oder was? die heißen ja nicht alle Lärmbahn, oder? was war das gerade? wir haben es in Polen klaut, 100% oh, sorry ok warum ist er bei dir auf Normalfarbig? mein BMW meiner ist arschbunt aber ok was für ein BMW? das ist alles komplett kaputt meiner wir haben weg als Normalfarbig im Stream habe ich es gerade gesehen bei mir war bei meiner irgendwie so normal halt Christseiner ist Christseiner ist ich meinte nicht lila, sondern das ist orange so morgen Nachmittag geht wieder was in der Dingsgruppe ja morgen Nachmittag bist du bei mir mhm wuh 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 Alex, war das jetzt eigentlich schon aufgenommen in der Gruppe? n ich hab g'sack noch gar keinen Beitrag gemacht ach so was denn was, was? wie, wo, was? WMIMIMIMIMIMIMIMI WMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMI WMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMI Den hatte ich noch gar nicht in Rot. Ich hab den da. Kiffer. Kiffer ist nicht mehr dabei. Der war von Anfang an strotz bei mir. Wer hat denn aber Lust darauf? Ich hab ihn halt mal gefragt. Und er hätte auch noch Leute. Ja, dann muss ich nicht aufstehen. Ich habe ihn nicht aufstehen. Das war's für heute. Also Busch driften ist nicht mit drin, ne, Leute? Warum? Ach, nee. Steh durch Busch hin. Ähm, bin ich gar nicht. Alter, was geht mit dir schief? Mit wem? Na weiss ich, der hat einfach mal Grip gekriegt und uns dann quer in die Wallachau geschossen. Wenn ich Spaß macht. Das hat es lustig ausgeschaut. Als erstes driftet er so richtig schön Tandem mit mir, war mir zick, gerade erst weggeschossen. Wie gesagt, es liegt aber am Server, weil bei mir ist es vorhin auch passiert schon, wo ich nichts erwischt habe oder sonst was. Das ist kein Auffahr oder? Nee, ich muss driften. Das ist ein Auffahrer. Ich muss nur drücken Porsche. Hat man nicht so viel mit anderen Autos. Ja, weil da Blackie verdürt, ne Porsche. Ja, so geht. ich bin ich mir so scheiße Das war's. Irgendwas stimmt mit dem Blackgeher nicht. Wieso? Weil er gar nicht aus dem Knick kommt. Ja, wenn er das falsch aus war. Mit dem Porsche war letztendlich auch besser. Echt? Soll er doch immer wieder den Mustang? Den ist doch jung. Da war ein Kiff, ist doch noch dabei. Ich habe mich verlesen. Ich habe doch gesagt, dass der noch da ist. Sorry. Der startet auf dem Plot 6 weg. Oh. Es sind ja so wenig Punkte, was fehlen, damit sich der Wacke verruhen konnte. Wenn der Wacke nicht mehr, was ich sage, was ich smeier? Oh. 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 Das schaffen wir eh nicht mehr. Nice, war Fünfter geworden, weil jemand gewischt ist. Yes! Fünfter! Mh mh. Hage! Na gut, grüßt es der Wunziger, der wo er eh 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 es 2 vorzigeret. Mhm. Auf jeden Fall ist mein Kultur danach gut. Na? Na alter Schnurri. Hm? Bitte! 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 Wir sind dabei. Und jetzt wirst du geduscht! Madame. Ja, mein Schi die? Na. Was wird zu leben? Ja, sicher! Ich bin sicher! Du sollst nicht das Mikro fressen, du Katz! Alter Tiger, du! Pus! Die ganze Zeit ist mal wieder richtig lang. Ja. 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 Sag ja, die haben Serverprobleme. Anders der Hauptesnitiv, was da momentan los ist. Ja, aber was machen die an den Servern? Die haben das Update verkackt, schätze ich mal, ganz grob. Ja, glaube ich auch. Die haben das Update, schätze ich mal, verkackt ein bisschen. Ich stehe eben gerade in dieser Aufliste, wo man da meistens sieht, immer stehe ich grad voll zwischen euch beiden. Bis zwischen Blacky und Chris. Aber hier bin ich hinter... Chris. Ja. 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 4-7eros. Das ist wichtig. Das war ein bisschen zu schnell. Im Betrieb. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn mit dem Spiel los, ey? Ich krieg Vollgas und das Auto bleibt auf einmal stehen. Das ist übrigens ein D-Sync-Problem, wenn die Leitung schlecht ist. Mein Internet ist aber nicht schlecht. Aber schein' dann schon. Das hätt' jetzt ein D-Sync gezählt. Jetzt bei meinem Internet kann ich mich ja weniger beschwören. Bei einem Pink von 9. Das kann ich schlecht sein, wenn ich im WLAN bin. Und diesmal nicht im Ende. Doch, wenn der WLAN beschissen ist, wie bei mir immer früher. Das kann nicht sein, weil ich hab die höchste Leitung am WLAN. Das kann nicht sein, wenn der WLAN ist. Das kann ich mir nicht überpassen. Das kann ich nicht überpassen. Ich habe nicht überlassen. Das kann ich nicht überpassen. Ich kann ganz sicher. Ich kann mir nicht überpassen, wie bei mir ist ich eher so. Ich kann mir nicht überpassen. Ich kann dir auf die Leitung soll. Ich bin übersteigend. Ich kann mich überläußen. Ich kann C-T-T-T-T-T. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Verfluchter Penis Verfluchter Penis Ich bin eigentlich schon 5 Stunden 27 Ah, der ist direkt unter dir. Hallo! Wie ist die Luft da unten? Ziemlich stinkig Wappel GTS ACR 1999 Wappel GTS ACR 1999 Oh heck, Ahrglasse Oh, die kann ich nicht fahr' Es ist Fake, man kann mir diesen Auto da gar nicht wirfen, dieser S1 Mikrofon Beauty Man könnte es nichtЕinige Wir haben die Anzeig zu gucken und haben die Anzeigenden die Anzeigenden die Anzeigenden Vielen Dank.